Wäre jetzt theoretisch... Jo, gute Nacht, fliegen Doc! Ja, ja. Schönen Start in die Woche, auch wenn es nicht so schön ist meiste Zeit. So, Snibbele. Gut. Eisen, was ich jetzt am Essen hab. Und ich kann da noch ein paar beschwören. So, jetzt schau mal wieder aus. Jetzt bin ich natürlich wieder bei dem Problem. Hm... Weg! Eigentlich brauche ich keinen Stufe-4-Altar. Jetzt momentan, ich muss nur den Opfer-Altar verbessern jetzt. Das ist jetzt momentan das Wichtigste. Weg! Warte mal, ich kann jetzt doch... D9! Oh, ich bin der Einzige, der gewonnen hat, da krieg ich jetzt irgendwie Schuldgefühle. Sorry, koi, koi. Äh, hab einen Division-Siegel gefunden. Äh, das kriegst du immer, wenn du einen Boss killst. So. So, Superior Capacity. Das ist jetzt nämlich gar nicht einmal mehr so schwer. Mhm. So. Da muss man rein. Doch, ich brauche dort Kapazität. Das ist ja das Problem. Ich brauche nicht so viel. Bratwurst! 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 7. Hm, das ist zu viel, bis... Weiß nicht. Weil Anzüge awesome sind! Ich komme hier mit meinem Geburtstag an! Ich verschenke keine Dingsis mehr, das hat das letzte Mal zu unerwünschten Ergebnissen geführt. Das mache ich nicht mehr. Nein, sorry. Aha, ich brauche noch... Aha, ich brauche noch ein Alchemielabor brauche ich noch. Okay. Dann schau dir was aus. Zu viel? Und was? Geht nicht. Jetzt hatte ich mal kurz eine Eingebung. Blastone. Obwohl... Was passiert, wenn man ein Transvector Interface an 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 ein Transvector Interface hängt? Kann man da so eine riesenlange Kette machen? Ich finde es nicht zu viel. Das muss ich ausprobieren. Das wäre eine super Idee. Ich tausche mal unten im Blastone aus. Ich tausche mal unten im Blastone aus. Weil dann könnte ich da quasi bei meinem Dings da noch hoch eine Leitung hochbauen. Ah, Wiener. Jo, ich bin ein Wiener. Das ist richtig. Ich habe zwar nicht den üblichen Dialekt, aber... Naja. So... Was hast du dazu? Das heißt, ich kann aber die Speedruhnen dort abbauen, die brauche ich nicht mehr. Ich kann die Speedruhnen abbauen, bau Dislokation und Kapazität rein, oder? Boah, das Hemd nervt. Sie ist aus. Und... Ne, der Kragen, wenn hättest du jetzt... Er zieht ein anderes an. Ne, das andere, was momentan... Du bist du gesagt, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, in einem kleinen Vorort von Wien, und bin dann für den Job nach Wien gezogen. Weil ich nicht mehr pendeln wollte. Ich habe mir eine Schnicke Wien umgenommen. Warte mal, für irgendwas brauchte ich doch das... Ach, das war für das Drakonik. Du, du, du... Ja, Cybert! Hallöchen! Grüß dich! Ja, dann mach ich das so. Mhm, mhm, mhm. Hau die jetzt weg. Pfeif auf die Melone. Oh, ich. So. Und die Diamant... Und das Ding gebe ich jetzt auch wieder in Pulverizer und nicht den. Hallo! Fack! Was sind weh denn hier? Äh, wir? In meinem Berg? Achso! Naja, von hier kann ich nicht wissen, wo wir grad sind. Wo haben wir denn zu gucken? 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 Äh, gehen wir da... Diamant, Erz und Emerald, Erz ran. So. Den aus, den ein. Äh, Diamant und Emerald. Passt. Den aus, den ein. Und den davor. Moment, jetzt hab ich keinen Sand mehr. Äh, ich glaube ich hab keinen Sand mehr! Ja. Ich hab mal zuerst Sand gefarmt. Äh, Sand ist leer. Machen wir noch... Machen wir noch einen Krisenhausen Sand. Ja, machen wir noch Sandsteine. Sandlager ist leer. Was? Ja, ich hab jetzt wieder ein bisschen aufgeführt, aber das verbrauch ich direkt vorweg wieder. Mhm. Mhm. Und dann brauch ich für die Treppen nochmal Sand, also für hier. Äh, ich glaube mit so viel Sand kann ich den nicht geben wie der Wurst. Ja, dein Lager hab ich auch ein bisschen geplündert. Auch schon. Alles was Sandstein ist, ist weg. Äh, äh, äh. Auch das Großlager? Okay. Lager 2, ja. Ich hab mir Tom Clancy's Rainbow Six Siege gekauft. Nee, ich mein das Großlager. Ich hab Rainbow Six immer gerne gespielt, allerdings den ersten Teil nur. Fand ich immer nicht zuerst die strategische Planung und den taktischen Einsatz. Weiß halt allerdings nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Es ist nur die... Das Großlager für das Lager. Können wir das irgendwie einfacher machen? Moment. Nehmen wir da noch einen Kofferblock raus. Und was hast du zur Tür? Oh. Noch mehr Koffer. Okay, die Türen sind echt mächtig. Gleih. Gleih. Mit Gisela und Bitti könntest du es schöner machen. Ja. Wär cool. Es gibt für diese Version ja. Ja, aber nicht auf Server. Nee, leider. Ja. Die Strings sind da jetzt drin. 13.312. Hm, 13.000 Fäden hab ich da drin. Oh. Okay. So. Was für Stand auf dem Plan? Ähm, die Dislocation Runen. Genau. Die waren außen. Da muss jetzt viel ausdauern. Brauch ich jetzt jede Menge Aquasalus. Äh, jede Menge Tintenweitel. Wie viel von diesen Reagenziendingern habe ich noch? Zehn. Okay, das ist ein bisschen zu wenig. Was brauche ich da? Da brauche ich... Zucker? Nein. Das ist zu wenig. Ah, ein dober Creeper. Boah. Ich dachte jetzt, ich werde weggebombt. 9,27 für den Besten. Vielen Dank, Koi Koi für die Spende von 9,27 Euro. Das ist echt ein Hit. Danke vielmals. Du kriegst kein noch Dingses dafür. Hm? Wie soll ich es denn den Creeper sagen, wenn er nicht hier ist? 9,27 Euro. Joa, der tut es. Dankeschön. Das ist echt ein cooles Vormonat für mich, muss ich schon sagen. So, hier kommt... Papa, darf ich wagen gehen? Wo? Hier. Nein. Warum? Oh. Das ist schon ein eignotiges Monat, Tom. Muss ich schon sagen. Es ist aber schön warm. Egal. Lava wird nicht im Schwampf. Guck mal, ich muss nicht mal einen Nähter. Ich muss nicht mal einen Nähter. Nö. Nee. Der Zucker. Da ist auch mal Lava. Lava, Lava. Lava, Lava. Lava, Lava. Lava, Lava. Dann kann sie. Im passen ist was? Bartkleid. Bartkleid? Bartkleid bleibt Blattkleid und Brotkleid bleibt Blaukraut. Bartkleid heisst nichts anderes als Bikini, ähm, Schwimmanzu oder was auch immer. Hab ich doch schon. Ja. Hab ich eine Rüstungsform. Darum. Dann kannst du in der Lava schütteln. Da fresse ich einfach mal China essen. Weniger werde ich überleben. Da kannst du die Qualität noch weiter steigern. Uhhh. Ich bin mir dann am überlegen, wie ich meine Qualität noch steige. Ich bin ja am überlegen mit einem dritten Monitor. Das wäre schon nice, dass ich da mehr sehen kann. Ich hab momentan immer viele Fenster übereinander und sehe ich nicht alles. Der dritte Monitor wäre wahrscheinlich... Ich weiß nur nicht, wo ich den hinstellen soll. Hm. Hm. Wieso? Drüber. Ey. Ich schieb dich nach oben. Außerdem hast du da eine Fackel abgebaut. Eigentlich nicht. Doch. Wie viele bauen wir denn davon jetzt? Hä? Da hätt die Marsch doch gar nicht. Boah. Da steigst du vorhin. Aber eigentlich mal so viele wie ich kann, oder? Du hast sieben Monitore? Was macht man mit sieben Monitoren? Sieben. Sieben. Vorhin muss ich parallel schauen. Habe ich es noch nicht. Sieben finde ich ein bisschen krass übertrieben. Naja. Bei drei kannst du aber... Ich tue dich. So zu sagen... Auf allen drei, dass Game da läuft. Dann hast du ein schönes... ...undumblick. Hm. Und wenn er streamt, dann hast du einen für den Stream und so weiter. Könnte man auch machen. Also im dritten Bildschirm hätte ich schon ganz gern, dass ich den Bot sehe, damit ich das TeamSpeak sehe. Das ist bei mir momentan alles im Hintergrund. Hm. Ich bin ne Klettert. Tom hat 69 Monitore. Das war klar. Wie läuft das am besten? Warte mal, habe ich jetzt eigentlich momentan ein Blattrobs da drin liegen? Wo ist mein Dings schon wieder? Aufs Glas kann ich nicht laufen. Die untere Beine sind für Games, die Mittel nur für dich. Ohhhh. Ich glaube jetzt... Das wird mehr im Moment. Schwarz Eicher durch. Obwohl, ne. Das ist für die Tore. 110? Wieso 110? Achso, weil das ist jetzt der Gewinnwert, oder? Wenn du gewinnst mit 69. So, das ist durch. Dann bauen wir jetzt jede Menge von diesen Diesel-Lokationen so rund. Da brauche ich noch Aquar. Das heißt, ich brauche jetzt Tintensäcke und Wasserfläsch. Jede Menge Wasserfläschchen. Dass er da keine anderen Dinger verwenden kann. Das kann ich da jede Menge Fläschchen bauen. Tintensäcke und Wasserfläschchen. Das gehört aber hier zum Glück genug. Da waren sie drinnen. 3 3 110 Das Lied ist auch schön. Ich habe hier noch immer nirgends einen Wassertrank rumstehen, an dem ich reinkommen würde. Also einen Fluss nehmen. Achso, die stacken dann nicht mehr, oder? Achso, ich brauche da jetzt irgendwas, wo ich rankomme. Warte mal, da muss irgendeiner drunter sein eigentlich. Wieso, ähm... Toten, oder? Ich glaube... Da, oder? Nachricht. Ach, ich will die Gurgel. Ich weiß, wieso geht das nicht. Wieso kann ich da mit einem Wasserfläschchen kein Wasser rausnehmen? Okay, da geht's. Dort nicht. Spannend. Das stimmt. Danke, Läufer. Ich vergesse es immer. Das heißt, ich brauche da jetzt das Reagent, das Ding und eins, zwei, drei. Bin wieder da. Baby! Ich muss das Ding jetzt irgendwo hinstellen, wo ich das Ding automatisieren kann, weil das ist nervig, wenn ich das händisch machen muss. Habe ich einen Trichter? Äh... Ich habe nicht mal einen Conduit. Ich habe nicht mal einen Conduit. Ich war nicht da drin. Ich muss das Ding ja sowieso händisch füllen. Äh... Wop, wop. Äh... Wie kann ich das hier automatisieren? Ich könnte die Maschine mal kurzzeitig wegräumen. Äh... Nein, das geht nicht mit dem. Ähm... Machen wir den Magmatiegel kurz weg. So... Äh... Da her. Dann nehmen wir das Ding da raus. Äh... Äh... Machen wir das ab. Machen wir das da unten rein. Uh... Beobachte dich. Machen wir auf die rechte Seite einen Ausgang, an der linken Seite einen Eingang. Jetzt geht da Wasser rein. Papa, ich beobachte dich. Geben wir das da hin, das da hin. Den Blut erbrennen. Yay, geht's echt voll geil. Ich hab's für Stalker gespielt. Hehehehe. Und die Glasflächen hier. Wieso heißt das hier eigentlich Stalker? Das sagt man doch keinem. Pff, vor mir nicht. Hab keine Ahnung. Äh, wo gehen die hin? Hä? So... Ziehen wir die Winde mal ein bisschen hin. Ey! So. Hehehehe. Das Gefühl ich hab dir jetzt grad woanders hingeschoben, oder? Na halt, ich glaube bei dir. Hä? Wo sind die hin? Oh, kein einziger Überlebter. Ja, war ein Schalter. Ich seh dich. Oh, kein einziger Überlebter. Was tut der? Hehehehe. Wo gehen die ganzen Fläschchen hin? Da gehen sie... Doch, da sind sie. Äh... Hä? Wieso gibt der die leeren Fläschchen aus? Boah, ist das denn hier. Sollte der eigentlich nicht rausziehen können? Soll ich mich noch an? Hä? Äh? Damit der Frauen aussehen nicht so abgeschnitten aussehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das da mache. Toast 7211. Herzlich Willkommen. Danke, guten Abend. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Ich kann den ja nicht schräg machen. Okay, jetzt funktioniert's. Weil dann bin ich da hinten... Hm, genau. Ja, versteht niemand, warum das so ist. Hm. Okay. Hallo, Jenny. Na gut. Werde ich nicht verstehen. Der hat das jetzt aus einem Engabeslot. Na gut, wir haben keine Statistik schon. Nein, der hat die Glasfläschchen aus dem Engabeslot rausgezogen. Aus dem Conduit hat er die rausgezogen aus dem Engabeslot. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Hab ich noch. Ja, ein Stück hab ich noch. Hm. Also das muss ich auch noch zu machen irgendwie. Heißt, dass ich kann bei einem Engabeslot Atoms rausziehen? Warte mal. Das ist eigenartig. Okay. Machen wir hier wieder hoch. Hm. Hatte ich noch nie das Problem. Okay. Na gut, das Ding weg mal. So, kann man da eigentlich nur Hackerl machen oder kann man... ... voraufkreuzern. Jetzt. So. Muss ich erst mal alles machen. Wie lange reichen da die... ...die Dinger noch? 18 Mal. Okay. Was macht da jetzt die Rune of Acceleration? Mach die. Bin ich auf derselben Höhe? Ja. Blocks? Zack, zack. Die gibt's gar nicht. Äh, Bure, without Rune of Acceleration. Und without Rune of Acceleration. Ey. Er sollte das keine. Rune of Acceleration. Rune Acceleration. Tutti. Rune macht er wohl mal Sachen. Rune makes the altar drain into your buffer tank more frequently, which lets you move more fluid in or out the altar... Ahhhh... Ahhhh... If you can increase the amount of fluid that is moved from one tank to each... ...to the other... ...to the other... ...I can't remember... ...I have to cut you something... Okay, however, you have to move from... Okay, why don't you? I have so many of them already... I have now more... ...how much I have out there... ...I don't know... ...capacity in order to fully benefit from one tank... Okay... ...I'll give it enough... Aha... ...dislocation plus capacity or acceleration depends very much on exactly one... Ohhhh... How do I do that now? ...19 ones actually double state rate... ...of transfer over having... ...19 so I have got an acceleration either go to the full 19 or don't bother... ...6x 1x 2x 1x event I have already got to increase the amount of fluid in each action... ...I like I have to push... ...50 or so so... ...krairter Resource drимость... ...if the level of capture might increase the frequency... ...Oh I think I have to jump... ...un equations to get 50% few... ...wurOu... ...this too... Weil der Tank ist nur die erste Option präsentiert und die zweite Option. Das bedeutet, dass wir die Location mit dem Auto verwendet werden müssen. Ob VIP oder normal. Das ist egal. Dann brauche ich gar nicht Dislocation, dann brauche ich eigentlich Acceleration, okay? Könnt's aber mal herstellen. Fünf bis sechs Dörfer und vier Wüsten Dungeons & Dragons und keiner in der Linie gefunden. Ja, das ist K.A.K. Ja, aus und hergestellt. Wo habe ich die gefunden? Ich glaube in einem Minenschacht habe ich die bekommen. Nach ewiger Sucherei. Rune of Acceleration. Da brauche ich jetzt tatsächlich was anderes. Das heißt, ich habe das jetzt umsonst gecraftet. Ja. Das heißt, ich mache das hier gerade umsonst. Na gut. Machen wir noch einen fertig, dass wir das haben. Und dann reißen wir das wieder ab. Hallo. So. Machen wir das Ding zurück. War es wieder ein Eingang? So, wie mache ich das? Und nach hinten rausgehen. Wo mache ich das jetzt mit der Decke? Okay. Weiß ich nicht. So. Machst du das mit der Decke? Ich glaube, das mache ich auch. Ich mag die Decke. Das ist ein Flauschig, weil ich kann mich richtig schon reinkuscheln. Die Decke meine ich nicht. Ich habe eine Twilight-Decke. Wie Twilight? Der Film. Äh. Was? Kennst du Twilight nicht? Ja, aber was heißt? Ja, das ist ein... Und wie klatscht man sich das an die Decke? Äh. Hä? Nein, eine Kuscheldecke mit Twilight-Motiv. Ich sehe. Sarah schläft mit Vampiren. Und dann glitzert sie auch so schön in die Söhne. Was? Kann man überhaupt schlafen, wenn diese Vampire dort die ganze Zeit durch die Nacht funkeln? Ich meine, das Funkeln ist nur in das Annenlicht. Wie machen wir das jetzt? Okay. Ich brauche die Monik Slades. Ähm, hm, 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 hm. Wie viele Speed Potions habe ich denn? So bleibe ich, dann habe ich hier ein Gerüst sogar. Äh, Swift. Zwei. Das ist ein bisschen wenig. Okay. Welchen brauche ich dafür? Nö. Äh, ich habe gerade ein Getriebe gebaut aus Lego Technik, das von 1200 in Dürmen auf 5000 in Dürmen setzt. Also ich muss jetzt mit Alchemisieren anfangen. Okay. Ähm, Push-Off-Swiftness 2, das ist der mit Close Down. Also ein bisschen heftig, oder? Push-Off-Swiftness. Awkward mit Zucker. Okay. Äh, warum stacken wir? Achso, das sind unterschiedliche. Warte mal. Das Speed 2 für 1.30. Okay, das heißt, ihr musst hier mit. Habe ich noch? Ja, habe ich noch. Ja, war auch. Also, das ist neu. Also, das ist neu. Höhen oder sowas. Schauen wir mal, ob da die rauskommen. Ne, ich glaube, das war einer. Wir ticken ihn. Oder? Nein, ich kann es nicht mit Botania machen. Ich brauche die normalen. Okay, die stimmen schon mal. 34 Zahn, oder? Okay. So, das heißt, ich brauche Awkward Potions, Speed Potions. Das heißt, ich brauche 3 Brewing Stents. Und die lassen wir auf Auto-Ding laufen. Mh, obwohl, das ist nicht so schlau, oder? Äh. Mach das lieber nicht. Ja, das ist einfach nervtötend, wenn man das nicht automatisiert macht. Okay. Machen wir es stufenweise automatisiert. Fauen wir jetzt einfach zwei ganz normale... Äh. Weiß ich nicht. Von Lego habe ich noch kein Getriebe gebaut, oder so. Also, das war zu viel. Egal. Fauen wir einfach mal Vanilla Hopper. Ein Stück. Zick. Oh oh. Ne. Weg damit. Ne, das nicht. Löschen. Hilfe, der Animal ist böse auf mich. Wo denn? Hast du denn was getan? Schüsse doch hierher! Wo bist du? Ich bin ein Gigant, der Rest wird immer noch hinterher. Ja. Hilfe. Und du hast dich doch noch einen Metawarzen. Wo sind die hin? Hab ich die weggeworfen? Oder hab ich wahrscheinlich wieder weggeworfen, so wie ich mich kenn? Ähm. Nein, 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 nein. Aua. Geh weg! Jetzt brauche ich wieder jede Menge. Äh, es geht nur so. Es geht nur so. Warte mal. Hm. Mal schauen, dass ich das wieder da her baue. Aber, dass ich die Dinger automatisch füllen kann. Okay. Äh. Äh. Muss ich da mal kurzzeitig... Ne. Ja, hack mal da kurzzeitig ein Loch rein, ist ja egal. So, wo war ich denn hier? Ich hab mir ein Fenster reingebaut. 17 kmh ist eigentlich ein bisschen übel. So. Das heißt, ich brauche jetzt wieder Glasfläschchen. Ich hab hier was geguckt. Äh. Ist vielleicht keine gute Idee, das so zu machen, oder? Warte mal. Egal. Also, äh. Ich glaub, hier fehlt Treppe, oder? Ähm. Hast du da Erde abgebaut? Wo? Da hinten? Nein. Natürlich. Das ist ätzend, wenn ich das so mach. Ich mach das gar nicht so machen. Ich muss das. Ich muss da eine Maschine dafür bauen, das hilft nix. Äh. Wie machen wir das jetzt quickerweise? Nehmen wir da mal die Fläschchen raus, bevor noch mehr passiert. Äh. Oh, ne. Töck, 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 töck. Ich brauche Nederwarzen, dann brauche ich Zucker und dann brauche ich Klostone. Und ich brauche drei Braustellen, das hilft nix. Und ich brauche Kondo jetzt dafür wieder. Habe ich noch irgendwo Kondo, die ich jetzt klauen könnte? Die hab ich... nein. Die klaue ich nicht, weil ich muss ja alles neu einstellen. Ähm. Nur noch halb voll, okay. Habe ich da die Automatik schon gebaut? Die könnte ich nochmal abreißen. Was ist aus meinem Lager? Hm. Die hab ich da noch nicht gebaut, das ist doof. Äh. Oh, was denn da? Könnte mal kurz die Bienen aussetzen, das wäre ne Möglichkeit. Die sollen mal ne Weile... ach so, nein. Okay. Hauen wir das weg? Ach so, das kann ich gar nicht, das hab ich da unten jetzt. Oh man! Was kann ich da abhängen? Mal gucken, wie's aussieht. Schwicht, ich komm nicht drum herum, ich muss wieder neue Leitungen bauen. Okay. Okay. Ich kann nirgends wo was klauen, denn jetzt hab ich schon überall was geklaut. Ähm. Ich muss wieder diesen Mist bauen. Gehen wir mal die Flaschlöschchen jetzt weg. Okay. Auch wenn mir das jetzt das Lager zuhüllt. Ich hab keine Wahl. Jups. So. Da ist es verbunden. Verstehen, tatsächlich. Okay. Warte mal, wie heißt das Ding? Schaut mal einfach nach Conduit. Das ist einfacher. Ich hab's zwar schon gesehen, aber dann suche ich immer so langsam. Oh, bei den Tats. Was hat denn jeder so, ne? 10 Dings und Dings. Hm. Machen wir jetzt gleich mal nen riesen Haufen davon. Kaninchenfee! Hallierlöchen! Gern zuhunter. Schönen Abend! Ich bin aber schon wieder. Nee, komm. Ich kann das nicht einfach mal verraten. Ich hab das Gefühl, es wird bald da Atomreaktor schreien. Es dauert nicht mal lang. Hm. Wie befrei' ich um. Du weißt nicht, wer ich bin, äh, nö, weiss ich nicht. Hast du einen neuen Namen? Der sagt mir gar nichts. So. Und jetzt das heißt, ich koch Glas und gehärtetes Glas. Gehärtetes Glas habe ich noch zu wenig. Okay. Ich brauche Blei. Blei, 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 blei. Wo mach ich das denn? Und Obsidian. Ich habe da ein noch. Mein. Schon wieder? Nee, ich hätte den beide angeguckt und den war mit Krabbromi gefordert. Äh, Keksfangirl? Hast du einen neuen Namen? Leute benennen sich um und fragen sich dann, warum ich sie nicht kenne. Soll ich hell sehen, wie er auf anderen Accounts heißt? Hörlöchen, Julia. Können Sie wissen? Wohin soll ich das wissen? Ja. Ja. Äh, wir sind gerade in TS. Bist du aufgefallen? Ich hab, das sind nicht die Stimmen in meinem Kopf, die ihr da hört. Doch, ich spiel die Stimmen aus seinem Kopf. Nee, die singen immer Spongebob. Spongebob Schwankenkopf. Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen mir, ich bin nicht verrückt. Die zählt jetzt um die Melodie von Spongebob. Nö, IP geht mir nicht rausgegeben. Du schwarzer Reichenhaut, wo hab ich dich denn hingepackt? Ähm, reicht das jetzt? Ähm. Ja, das reicht jetzt. Uh, das reicht sogar ganz genau. Ja. Ähm. Sag mal hi an Harald im TS. Gibt's hier einen Harald? Ich glaub hier gibt's keinen Harald, oder? Wer ist Harald? Hast du sehen, Schütte? Okay, das ist ein riesen Haufen Leitungen. So, da brauche ich jetzt Enderium Barren dazu. Harald, bist du Harald? Harald? Wer ist Harald? Mit dieser hi an Harald ist Harald. Ja, das klingt kein Harald. Also, ich bin nicht Harald, aber ich fange mit Harald an. Ups. Nö. Ah, ging's bergab. Ja, jetzt hab ich sicher nicht mehr genug Conduit-Bänder, oder? Nö, den Thief, komm mal mit. Ich hab vier Conduit-Bänder, das ist ein Juppa-Ding. Äh, Stein und Stopp. Hab ich noch Electrical Steel? Was ist mit Donald Trump? 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 Das war... Stahl mit Silizium. Gut, ihr seht. Arnold, wieso setzt du da Erde aus? Stahl... War falsch. Mit Silizium. Silizium die Welt herum. Ähm... Wie gehst du, Klaus? Jo. Gut, gut. Dankeschön. Und dir? Alles bei Ihnen? Uh, ich kann Torte essen. Torte, 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 Torte. Bekommst du auch ein Stück? Ach, Glöckler meinst du? Du wirst noch keine Dingsis haben. Weil, das kann mein Bot nicht wissen, dass du ein zweiter Account bist. So, Electrical Steel. Was brauche ich noch? Äh... Nee. Nee, nee, nee. Gumm, weiterbauen. Jaaa... Steinstaub und Kompressor. Der Kravatu ist schief. Das macht nix. Das passt zu mir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich hab das sehr schlecht... Oh, das will ich nicht hören. Ah, wie... Ah, einer hört. Was denn passiert? Ähm... Ähm... Okay, wieder wie es wir, 24. Wuh? Oh, so ne riesenmenge. Binder Composite. Hm. Okay, holen wir das wieder weg. Okay. Dann machen wir gerade ein paar Teile zum Runic Dungeon. Hm... Das hab ich noch nicht rausgefunden, wie das Runic Dungeon funktioniert. Oh nein, du läufst ein Pfeifer hinterher. Wollt euch vielleicht mal googlen. Wollt euch vielleicht mal googlen. Ach, da haben wir noch mehr Binder Composite. Sam. Watt denn noch? Was brauch ich noch? Ich damit. Äh, jetzt brauch ich noch mehr Enderium, Eisen Nuggets, Redstone, wieder gehärtetes Glas, was ich schon wieder nicht hab. Okay. Äh, Enderium... Uh, ich hab nur mal... ganz wenig Enderium. ...dann muss ich die Sachen wegbringen, dann muss ich dir kurz nach Hause was holen. Quack quack! Äh, dein Bot kann nix ja leider nicht flüstern. Wieso nicht? Weiß ich nicht, der will nicht. Will er nicht? Hä? Ich kann dein Bot das nie flüstern, der will das einfach nicht vertan. Hm. Dankwürdig. Äh, diese Ente macht mich fertig, Edel. Wollte mit meiner Schwiegermama ein Hochzeitskleid aussuchen, ich werd noch depressiv deswegen. Warum? Gönnst du ihr das nicht? Äh, Silber... Oh, Shiny brauch ich vier, das heisst ich brauch 128 Enderperlen, das sind vier... Wie viel? Das sind acht Stacks Enderperlen. Was dahin? Wie glaubst du denn? Da? Was sollte ich jetzt wohl? Okay. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Glaube ich. Ah, da muss ich das Ding natürlich dranhängen. Ne, kurz nach Hause. Äh... Ähm, hoch? Rechts, nein, dann Eingang. Ja. Äh, ja, hier hab ich's ja. Schiegelbringst machst du das? Ja, das ist schon klar. Was nen Schiegelbringst? Magical Chalk. Okay. Ich muss das einfach mal googlen, glaub ich. Ähm... Tank. So, zurück zum Berg. Ich schweig. Ach so. Ah ja. Nein! Wo kommt jetzt wieder Wasser her? Doch! Wieso? Weil da noch ein Eingang ist. Wo hab ich denn was? Ach, wie krieg ich jetzt das Wasser da wieder raus? Ich dreh durch. Ähm... Da sind die Arschlepps. Ich hab doch irgendwo... Warte mal, ich hab da... Ich hab dort einen Müll einmal für Flüssigkeiten im Moment. Ich hab dich begrüßt. Ich hab dich begrüßt. Da war der Eingang, da war der Eingang. Und das ähm... Ja, das heißt... Dieser hier müsste eigentlich die Mitte sein, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf. Wieso ist hier Gitter? Tja, dann musst du mir sonst am Server mitspielen. Dann kommst du aufs Team-Speak. So... Du, Dings ist für alle und ich hab's verpasst. Geht's selbst ruhig und Kemi? Äh, Liquid Trashcan, die steht da. Die haut mir das ganze Sludge von dem Harvester weg. Oh nein, da rüber. So, aber jetzt... Ist da noch was drin? Da ist noch was drin. Ne. So. So, müsst's wechseln, oder? Ja. So. So. Das Ding ist eh schon resonant, oder? Ja. Ja. So. Das ist aber nicht gesund, in deinem Zustand so lange wach zu sein. Au! Machst du da. Kann nicht gut fürs Kind sein. Guck mir den immer an. Du musst einmal an der Seite. Autsch. Ich möchte nicht helfen, mir nur sicher... genau. Hab ja die IP. Ich mach keine Bewerbung mehr. Nein, ich geb die nicht mehr raus. Ich mach keine Bewerbung mehr. Musst du zum Arnold gehen. Der streamt eh momentan. Ist... Kannst einfach das Multi-Kommando rein geben. Äh... Was soll bei ihm machen? Ich kann keine Bewerbungen mehr machen. Ähm... Ja. Aber bleibt schon. Ich bin ne Statue. Hahaha. Hm. 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 Ja. Ja. Bleibt so. Ja. Dann 25 Bar in Indarium. Das war wieder zu viel. Ich bin ne. Ja. Ich hab schon lange nicht mehr gehört. Alles auf 3... Zwei auf 3... Jetzt ähm... das hält mal. Brauchen noch Eisen Nuggets. Wie härtet das Glas, was ich noch immer nicht hab. Das heißt wieder Bleibahn. Soooo. Ah, ich hab kein Obsidian mehr, oder? Hmmm... Das letzte Obsidian, das wir noch haben, auch mal in Pulverräse. Was, vergisst du immer dein... ...R? Ähm... Bleibleibleibleibleibleibleibleib... Wie, vergisst du immer mein R? Das war vielleicht ein bisserl viel Blei Zick So Machen wir hier wieder ein Zwischen Ja Achso Aber das hört man auch wirklich nicht, wenn man Arnold sagt Jo Dumme Buchstaben Wir schlafen, mein Frau Bockenvolli, ich nervte schon, dass ich schlafen gehen soll Jo Tschüss Julia So habe ich hier vollem Lock? Ja, vollem Lock Was ne Okay, das war vielleicht einen kleinen Ticken zu viel Blei Hm Na gut Ich tipp dich voll mit Blei Du stehst immer da, wo ich bauen muss Ähm Trun dich Ne, der muss weg hier Äh, für die Conduits brauche ich jetzt Geltete Glas, Eisenmarkets, Enderium, Redstone, okay Sollte jetzt nicht so schlecht sein Hallöchen Anke, schon aufgehört mit Streamen? Ähm, sooo, sooo Das Ding hat sich da reingemogen Das Ding hat sich da reingemogen Ich bin einfach so wie ein Piraten aus Ähm, ne einfach Hallo, bin Tschechin Aber nur Arnold Oh ne Das erste war wirklich ein bisschen stumm So So Wir bauen jetzt mal ein paar von diesen Dingern dann Äh Kein Zeugen mehr Äh Überfällt dir was Haben sie das wieder so Achso, ich hab die Inderium vergessen Achso, ich hab die Inderium vergessen Ich hab die Inderium vergessen Wups, wups Hab ich hier noch was? Ne, ich glaube nicht So So Okay Sarah ist raus Äh Ich hab ihn auf die Uhr gezogen Ja Das ist schon wieder so schwind Ist es wirklich so spät? Auch ja Die Sachen ja hier läuft Mit dem Haul ist Schluss für heut Mäuchen, Mäuchen, mach doch weiter Und das Männchen Auf die Kette Ist nicht ein Pink Panther? Er ist Kult Ja Aber ich kenn nicht das ganze Weg Guck mal Ich bin der Polo Ähm Da hab ich Ne Trichtung Da sag ich mal Schüsse Tschü tschü Gut nicht dann Warum krieg ich neue Schuhe? Dadurch, damit ich krank geschrien wurde Und jetzt das Mäuchen auszupfen So, mit dem komm ich jetzt hoffentlich wieder ne Welle aus Und vielleicht darf ich mir auch zwei Spiele holen Aber nur vielleicht Ja, möchte ich Ne Okay So Die Karte darf ich näher nicht holen Naja, viel Spaß aber Ich bin schon wieder ein Hohn ohne Namen Wo kommen die denn immer her? Also ich kanns nicht gewesen sein Ich will sie in dein Lager Die geh ich nicht So, Niterwarzen Hüpfen wir mal aus der Wand Büssi Gute Nächte Gute Nacht euch Tschau Ich muss nochmal auf Dungeons Wo ich hinhaben zu wenig von der Magical Ok Ja die anderen beiden starten die Wenn man da Angeblich den Wither findet Dann muss ich mir das Ding glaube ich auch mal anschauen Weil Withersternen mangelt es mir wohl dann am Meisten So, wie machen wir das jetzt? Äh, tak, tak, ja doch, gehen wir mal, dass die Draw-Leitung wieder rein licht hat, damals geklaut hab, sonst vergesse ich das. So, und dann wieder, dann packe ich mir die vollen Säcke, ich glaub ich mach's mir jetzt Ich hab' den Block dabei aus, ist es einfacher, bevor ich da jetzt die anderen Leitungen umdrehe alle. Müssen wir mal schauen, dass sich da nix verbindet, äh, das zum Beispiel. Okay, weg da, äh, okay. Dann, machen wir das jetzt quer in den Raum rein, ist egal. Da, In-Sert, Extract... Wenn ich mir nur was einfache... Die beiden Statuen dahin... Oh, wir waren das jetzt schon wieder! Bin doch da, bin doch hier! Und, da bräuch ich noch die Leuchtung drüber. So, da bräuch ich jetzt irgendwo eine Piste, wo ich das reinschieben kann. Kann man das eigentlich in Fässer rein geben? Das wär' doch cool. Noch ein Fass... Nam 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 So... probieren wir mal aus.. das ist jetzt Fotoscience! Was tja? Ich weiß nicht gib dazu Das geht ja auch nicht So, müsste ich doch schon ein paar Speed Potions haben, ne, die nehmen wir da auch gleich raus. Müsste ich doch die hier da reingeben können, oder? Nicht weglaufen, sterben sollst du. Potion of Swiftness, da passen aber trotzdem nur 64 rein, okay. Da hinten ist noch ein Zombie. Und das, ne, es geht nicht, okay. Das hätte mal nicht funktioniert. Jetzt bin ich da schon weg. Fast funktioniert also nicht, okay, wieder was gelernt. Ich hasse dieses Rezept jetzt schon. Wir 4-4, kenne dich gar nicht. So ein Lurker? Noch nie, das hätte ich dir gelesen. Dann eben so. Zieh ich den Glaston durch? Äh, okay. Das wird eigentlich reichen. Das brauche ich nicht programmieren. Ich brauche nur, ich brauche nur. Moment, ich habe keinen Zucker schon wieder. Ach, das ist alles so farblich. Mensch. Das müsste ich auch schon wieder reichen. Das ist jetzt für die dreifache Menge, das ist mehr als genug. Ich tausche erstmal auf, dass da die Sockel hinkommen. Ja, da sind die Netherwarzen drin. Da ist der Zucker drin. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Lust dann. Das war schon bei dir, aber durch Krankheit. Selten und, achso, okay. Konsumier. Wieso habe ich den noch im Inventar? Okay, ich würde sagen, ich muss das von unten machen. Das heißt, ich muss das Ding nochmal umschieben. Machen wir hier den Sockel hin. Den tausche ich hinterher noch aus. Das ist bei den doofen Vanille-Maschinen nicht so einfach. Alle anderen Maschinen haben definierten Eingabeslot und Ausgabeslot. Man kann normalerweise aus dem Eingabeslot nichts rausziehen, aber das ist bei den Vanille-Dingern wieder nicht. Also es wird wieder komplizierter. Okay. Dann tauschen wir aber gleich da hoch und drehen wir das Kabel wieder. Wie doof. Also dann sollte ich da gleich nochmal hoch. So, tschak 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 tschak. Was es genau wird, werde ich noch nicht verraten. Das wird man momentan nur sehen durchs Zuschauen. Ey, du blöder Zombie. Wenn du den direkt verraten willst, ist es ja nicht mehr spannend, was rauskommt. Ich bin auch mal gespannt, ob das auch Stum so wird, wie ich mir vorstelle. Ich könnte eigentlich den Tunnel hier unten mal zubauen. Wo war der denn da? Dann bohre ich ja nicht mehr. Hey, nicht diesen hier. Mist. So, da ist noch einer. Stimmt das jetzt? Da renn, da raus, da hoch. Da renn, da nach, da hoch. Und dann wieder da runter. So, da brauche ich mir jetzt ein Aufhungerbote, ja. Ähm, aber jetzt. Ja, ein bisschen Arbeit steckt hier auf jeden Fall noch drunter. Die ganzen Säulen... Ja, hier muss ich die Richtungen konfigurieren. Äh, das muss immer ein Extract sein, immer aktiv. So, warte, noch keiner mehr, hatte ich doch schon getroffen. Da oben das Ganze. Insert. Insert. Wie man so sehen kann. So, wieder jetzt. Äh, Netherwart, äh, sogar... Ghostdown. Gehen wir da ran. Das ist komplett... Okay, gehen wir... Die Mitte ist hier oben noch nicht verkleidet, das muss alles noch verkleidet werden, aber dafür muss ich erst die Statuen stehen haben. Und da fehlen wir noch einiges an Ressourcen, weil die anderen Beinstatuen, die hier hin sollen, die verbrochen sehr, sehr viel Ressourcen. Die muss ich noch verkleiden. Dann muss ich noch zubauen. Und dann kann das Dach da oben einmal komplett... Zeig jetzt nicht, du tut das nicht. Noch viel Arbeit. Oh, ne. Wieso zieht der nicht raus? Was zur Hölle, was soll das? Hättest du anfangs gesehen, was ich so gebaut habe, wo könnte es fehlen? Neuer Versuch. Aber inzwischen geht es, ja. Ja, gut, bei dem... Wir haben ja schon einiges gebaut hier, ne. Da will man meinen, dass man schon vielleicht ein bisschen was gehabt hat. So, drehen wir die Automatik mal wieder ab. Versuchen wir mal, von der Seite reinzugehen. Dann drehen wir uns von der Seite rein, oder? Dann kann er die Wand wegschlagen und kann auch noch verkleiden bis da oben hin. Und da auffüllen. Da ist schon wieder ein Creeper. Und dahinter ist auch noch ein Summi. Okay. Habe ich ihn erwischt, oder nicht? Entweder habe ich ihn erwischt, oder was die spawnen. Ähm... Ja... Da draußen kommen die Statuen hin. Das gleiche ich hinterher an. Ne, irgendwie nicht, oder? Die sollen muss ich noch durchziehen. Jut, denn bis... Fülle ich meinen Inventar mal mit Stein und Holz. Oder erstmal mit Stein, das glaube ich besser. Was ist das für ein Kacke? Okay, ich muss doch die automatischen... ...elektrischen Braustände bauen. Es hilft nichts. Das Ding funktioniert einfach nicht. Äh... Okay. Weißenzone. Autobreuer. Mach ich erstmal da rein. Was sind da Leichte zum Bauen? Plastikpipe. Okay, das ist nicht so schwierig. Ich weiß nicht. Das ist nicht immer da rein. Ja gut, wenn man sich das vorstellt. Ja. Dieses ganze Ding war eigentlich, oder ist eigentlich ein riesiger Berg. Da war nur anfangs so ein bisschen in der Mitte so ein Hohlraum. Oder abgehüllt. Wie so eine Vulkanschlucht. Das haben wir ausgeweitet. Alles runter gegraben. Ich weiß gar nicht, wie viel Blöcke das waren. Warte mal, hier bin ich auf 67. Hier unten habe ich dann noch zusätzlich einen Hohlraum. Guck. Wo da hinten die, ähm... Okay. Brauchen wir das Ding halt. Das ist aber doch wieder Maschinenframe. Ist da hinten eigentlich noch der Schacht? Da machen wir das ganze Zeug mal weg. Das holzt immer mit. Das brauchen wir sicher noch. Und die brauche ich auf einen. Ja, das ist alles im Survival ausgehöhlt. Und nach oben. Okay, äh... Hab ich noch... Äh... Nur im Survival hier. Das ist ja nur harmlos. Stardisberg noch nicht gesehen. Oder Shortish-Schlucht. Mhm. Mein... Ist doch nicht, äh... So groß. Ja, es waren hier schon ein paar Leute, die... Wir hatten... Also, eigentlich alle, die... Deren Köpfe hier an der Wand hängen. Äh... Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Vierzehn Leute haben mich geholfen, insgesamt. Also, Bama. Ich soll vielleicht das zuerst machen, weil es dort am längsten... Hier, äh... Ähm... Da hab ich... Zwei, vier, vier, vier... Ähm... So... Das müsste erst mal reichen, nehmen wir... Zwei, sechs, vier... Da habe ich alles... Die Stahlplatte machen wir noch. Zum hoch, hoch... ...bauen... Die Axt brauch ich grad nicht. noch schon mehr ausgebot große schluchten riesigen berg der eigentlich berliner berliner bahnhof ist geil ich war noch nicht doch ich war schon berlin berlin ein umgedreht wieder aus die stahlplatte ja der den berg gibt es schon seit er ist schon seit anderthalb jahren hat es nicht erst das jahr angefangen jetzt ist ja schon angefangen mit noch leben das haben wir das haben wir die redstone bei den berg hat er nach dem schiff der schiff haben auch letztes jahr das schiff ist das jahr definitiv das jahr das große schiff große schiff dieses jahr ich meine jetzt die dm es ist nicht dieses jahr gebaut worden es ist das jahr gebaut die war schon gebaut als ich gekommen bin also die war vor meiner zeit da war ich warte mal letztes jahr war ich bin ägypten davor das jahr war ich in tunesien und als ich in tunesien war stand das schiff schon meine ich aber wie lange bist du jetzt damit ich glaube im november ziemlich genau ein jahr ziemlich genau ein jahr und das ist schon weitaus vor mir die angekommen wurden hallo an der nena die haben uns auch wieder am zwingen bombenwetter hier auf jeden fall als ich in tunesien in tunesien war war das schiff schon da da hab dann nämlich was hab dann da gebaut die kleinen daten mitgläubig die kleinen die anderen schiffe gebaut in der zeit mein ich ich habe nur das eine ausgebaut hübschiffizierte in der schiff und gut kreuzschiff und gut aber nicht die msd Hallo unangebracht und bitte keine Links einposten und nein ich spiele kein pvp. Achso das Ding braucht noch, ach das Ding braucht gar keine Flaschen oder? Ich wundere es, dass er kein Timeout gekriegt hat, normalerweise hätte mein Bot ein Timeout rausgeben müssen wegen Links, dann muss ich nochmal nachgucken, warum das nicht passt. Ok, water bottle, ok jetzt funktionierts und spielt dann wieder ein Kreativ oder hat er es geschafft Survival um zu wechseln? Koro25, danke wieder ein Follow, willkommen im Stream! Auch wenn ich mich ja gerade durch die Gegend zähle. Ich habe zwei Doppelkisten voll Sand. Wie viel hast du denn, Schoko? Ich habe noch nicht mal wirklich eine halbe Doppelkiste voll. Nö, nö, richtig nicht. So, ich baue jetzt einfach mal, ich habe da doch noch einen Hopper, oder? Ja, bauen wir einfach mal einen Hopper drauf. Ich glaube aus dem 64er ist, äh... Du brauchst vier Sand für ein Sandstein. Das heisst, für einen Stack Sandstein brauchst du vier Stacks Sand. Joa. Das ist ganz hoch, Achtung. Für eine Doppelkiste brauchst du vier Doppelkisten Sand. Joa. Das ist doch, äh, Ihr Witz. Ja, ihr Idiom, Schatz, das ist ja gar nichts. Was denn, äh, ich meinte, ob Jan wieder Kärz spielt, oder ob er es geschafft hat in Survival und so ist ja... Ich habe inzwischen 18, Iridium, Erz, das sind dann... 18 mal 9 ist wie viel? So viel Schatz habe ich im Moment. So... So... Ich hoffe mal... Okay, das Ding läuft, das ist einfach mal ne Welle. Okay, das Ding läuft, das ist einfach mal ne Welle. Survival über. Daher, wenn er einmal anfängt, mit dem Kreativ. Wer spielt Kreativ? Äh, die Mango. Also... Naja, das finde ich jetzt nicht so toll. Oh, da habe ich noch... Ich habe da eh noch Snates drin. Äh, okay. Gibt es noch Ritualsteine? Da habe ich noch ein Master Ritualstone? Jo, das sieht richtig neu aus, das von oben. Okay. Letztes Mal, als ich das gesehen hatte, da hatte ich noch nicht die Statuen stillen. Ritualsteine... Das muss ich alles noch abreißen. Das reicht jetzt, glaube ich, für den Anfang mal. So... Moment... Alter, wie viel ist denn das noch? Kann man wieder zurück zum ursprünglichen Plan gehen, ähm... Okay, ich glaube nicht, dass man schon ausreicht. So, Acceleration. Die Swiftness Potions habe ich jetzt. Jetzt brauche ich die Demonic Slates. Wie viele bauen wir denn jetzt von den Dingern? Den Archmage habe ich ja schon, ja. Das habe ich. Die Blutruhnen habe ich. Okay, dann hauen wir nur die Slates rein. Wie viel brauche ich denn jetzt überhaupt? Ich habe keinen Plan. Ähm... Ein paar halt. Ich brauche es ja vor allem oben und unten. Sieht richtig geil aus. Ja, wenn man sich vorstellt, dass hier dann noch dieser Himmel oben drüber kommt. Boah, Alter, ist das Lied alt. Ich frage mich jetzt gerade. Raum 1, 2, 3, 4. Ja, das müsste es eigentlich sein. Und das wird alles noch... Weißt das Ding im Autobetrieb laufen lassen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Wie viel möchte ich denn jetzt erstmal machen? Machen wir da jetzt einmal... Bis dann nach ganz hinten. Wo habe ich mein Divination-Siegel schon wieder? Oh, Moment mal. Ich habe da schon Stufe 3 Runen drin. Ja, also hier dieses Dach... Machen wir... Schauen Sie von denen. Machen wir doch glatt. Spare ich mir ein bisschen was. Ach, das ist noch harmlos. Was haben wir da drin? Also hier oben... Wird noch Zeit zugebaut. Das bleibt nicht hier Erde. Da ist nur eine Schicht Erde und eine Schicht Stein drüber. Das wird leerer, oder? Und von hier wird halt dann noch was gebaut. Die Decke noch verkleidet. Das geht sich aber aus. Das meine ich mit Himmel. Hallo Enderman. Und die Suchleinaut. Ja, das geht sich schon aus. Ne. Ähm... Ich lasse mich da runter. Schaut mal geil aus. Na gut, im Grunde kann ich das dann alles... Warte mal... Ich brauche jetzt neue Endertanks. Ich brauche jetzt zwei Endertanks. Einen für hier, einen für oben. Äh, es ist doch zu langsam. Dachte ich mir eigentlich fast. Naja, das ist ein Projekt, was mir schon seit längerem auf dem Erden liegt. Ey. Forschen wir da jetzt einfach mal die Speed Runen aus. Dass das länger dauert. Ja, ich meine Projekte, die ich davor alle angefangen habe, schon fertig hatte. Soweit. Oder abgegeben für Bewerbungen. Äh, wenn ich's... Bewerbungsbauten da... Mensch, wie heiße ich jetzt? Wird das fort? Hä? Ähm... Nicht Bewerbung. Prüfungen. Prüfungen. Du gibst... Warte, warte, warte. Prüfungen, oder was? Hä? Ne, ich meinte. Da ich die anderen Sachen dann abgegeben hatte. Mhm. Wegen Bewerbung von den Jobs da. Ich hatte ja... Den Bahnhof hab ich ja den Rest abgegeben. Und ob ich jetzt noch niemanden war? Doch, äh... Er hat doch damit angefangen, Kumbo? Kumbo, ja. Er hat aber oft gehört. Er ist ja selber lecker. Oh, leider. Irgendwie viele andere. So, bauen wir mal die Endertanks, während die Dinger durchlaufen. Ähm... Ne, ne, ne. Mir fiel mir das Wort nicht ein. Äh, halt wenn... Du dich im Berufsgruppen hier bewerben willst. In den Hauptberufsgruppen. Dann musst du eine kleine Prüfung ablegen. Oder auch zwei. Je nachdem. Zwei von den Dingen. Zum Beispiel Architekten hab ich dann halt mal einen Bahnhof zur Verfügung gestellt. Moll bei Obsidian. Dass, äh, die... Shopping Mall auch endlich mal ausgebaut wird. Mehr oder weniger. Moll. Schloss, eigentlich musst du es wieder selber machen. Und... Moll bei Obsidian. Und... Weiß 6 noch. ...und 29 sind 42. 42 Reisen. Dein Haus? Ja. Natürlich darf man sich für den Server bewerben. Wenn die... Die... Die Vorsetzungen frei sind. Und du dann die IP bekommen hast. Dann... Ist das kein Problem. Wird halt nur ein kleines Bewerbungsgespäch gemacht. Und wenn alles Spaß spichte, dann auch dabei. Oh ne! Hm? Hm? Ausflügen! Ich hab noch keinen Bock auf Jumpsale! So, warte mal, gehen wir mal kurz ins Nähteaar! Großartig! Musikmäßig! Da ist schon wieder ein Dickman drin! Tschüss! Hm? Hm? Das ist schon wieder ein Dickman drin! Oli 94! Kann ich dir gleich sagen, Moment, ich muss doch kurz mal Dimension teleportieren. Ähm... Jetzt muss es gehen. Jupp! Eigentlich sogar aus am Sinn! Halt wann, aber momentan... Song Request ist momentan nicht online, weil ich eine eigene Playlist spielen lasse. Ähm, ja, bei uns gespräch ist bei mir momentan. Kann ich keine feste Zeit sagen. Arbeitsmäßig. Kann sein, dass ich um 7 machen kann, kann sein, dass ich auch erst um 22 Uhr zu Hause bin. Also, das ist so. Ich möchte jetzt Rotsch für die Lebensessenz haben. Dump, dum, dum. Dump, dum. Dump, dum. Dump, dum. Dump, dum. Dump, dum. Du brauchst einen Tempel. Du brauchst einen Tempel. Guck einfach mal ab ca. 19 Uhr mal drauf. Ob ich dann da bin. Dump, dum. Und da fängt man da mal ein bisschen Lava raus. Dump, dum. Dump, dum. Dump, dum. Dump, dum. Dump, dum. Dump. Dump, dum. 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 Nee, wie gesagt, schau ab 19 Uhr immer mal vorbei. Gut, zweimal rot. Das Ding kann ich eh wieder einschmelzen, ich glaub schon, ja. Ach, das gehört eigentlich nicht da rein, da hab ich dann fast dafür. So, Accelerator-Runen, da müssten jetzt die Slates fertig sein eigentlich. Ähm, gehen wir rüber. Boah, geil, Black Sabbath. Schauen wir mal an, wie das Phronik funktioniert, hör mal, Phronik. Ich hoffe, das geht auch von der Musik läuft, aber anders als bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Magical Chalk, Font in Ancient Temples, okay. Gut, oh, der ist noch nicht fertig. Ach so, ich so viele brauche ja gar nicht. Machen wir wohl die ersten paar. Äh, okay. Wie ging das jetzt? Blood wieder. Load. Acceleration, das heißt, ich brauche die Swiftness Potions, die Runen, da habe ich jetzt nicht genug mit. Okay. Okay. Ich brauche mal das Rezept rein. So. Die Blattdorf, das Dings, die Dings hier, unten noch Gold. Ach Quatsch, ich wollte doch... Ach. Ach. Ähm, jetzt diese ganzen Schnelligkeitstränke. Dann muss ich eh erstmal alle wegbringen. Ja, es sieht schon besser aus die Ecke, weiß ich noch nicht, ob ich dann durchbummeln kann. Müssen wir gleich mal schauen. Ne, öh, da habe ich ja gar nicht genug. Die Erde bereite ich noch im Moment. Die Scheisse kommt, weil das ist öd. Ne, die Erde nicht. Jetzt habe ich keine Runen mehr. Äh... Warum ist der Keystone? Warum ist der Keystone? Warum hast du deine Maske auf? Warum stellst du so komische Fragen? Warum beantwortest du sie noch? Warum mischst du dich jetzt mit ein? Warum nicht? Was wollen wir jetzt machen? Mensch, jetzt hab ich... Ach ja, genau. Hier. Holz. Holz, Holz, Holz. Tropenholz. Nur noch ein paar Sticks. Ein paar Sticks mit. Können sie langsam einen Staubsauger gebrauchen. Wow, das geht schnell. Savuriens, hallöchen. Warum ging das jetzt so schnell? Okay. Äh, hab ich noch eine Kiste hier drinnen? Äh, jetzt machen wir noch schnell diesen hier. Darf man Fragen stellen? Klar, abgesehen davon, das war schon eine Frage. Also, war das gerade ein Self-Own. Und danke für den Follow. So. Packen wir erstmal das Tokenholz. So, was macht mein Tank so schön? 2. Ja. Jo, hab's grad gesehen. Na ja, so ähnlich viel tut sich da nicht. So. Mal austauschen. Na ja, es geht eigentlich, oder? Hm. Ich brauch auf jeden Fall viel mehr von diesen Runen. Äh, jetzt vergessen. Ich weiß noch immer nicht, ob ich den auf Stufe 4 lassen soll. Reicht da mal da Stufe 3? Was hab ich denn da jetzt für Runen drin? Ähm. Ich hab da jetzt eigentlich nur Sacrifice-Runen drin. So. Hm. Nur ein Stückchen. Das Problem, ich brauch dann halt die Beacons. Das ist, äh. Das ist, äh. Das ist ja fast zu. So. Wurde schon beantwortet, warum du einen Anzug beim Minecraft Frametrackst. Ein Paarmal. Weil Anzüge awesome sind! Juhuhuhui! Hallo Goofy. Gut, dann bauen wir noch zwei dafür. Ne, ne, ne. Sind nur wir auf dem Sauer? Ja. Okay. Wir sind dann. Ich hab mich jetzt übrigens entschieden, äh, diese Woche noch den, äh, das Theaterhaus anzufangen. Ich weiß nur noch nicht ganz, wo ich's hinbauen möchte. Theaterhaus? Jo. Warum tut er das nicht? Äh, was für ein Theaterhaus? Äh, für St. Lappes. Ach so. Hä? Warum tut er das nicht? Ich glaub, ich baue hier mal ne Treppe hoch. An der Tür. Hm. Was passt denn nicht? Warte mal, bevor ich den falschen abbaue, da hab ich mich auch gebaut. Da ist irgendwas drin. Warte mal, oder? Ja. Ähm. Was zeigt dir der Aspekt an, wenn da gar nix drin liegt? Okay, legen wir das noch Z neu rein. Du. Dann machen wir erstmal das da hin. Ach, ich muss mir das abgewöhnen. Du. Ja. Ja. Was check ich grad nicht? Sind das die falschen Tränke? Kann doch nicht sein. Äh. Die haben unterschiedliche Nummern. Posten of Swiftness. Okay. Welche Nummer brauche ich? 8226 brauche ich. Und das ist 16176. Okay, das heißt der ist falsch. Löschen wir den. Gut, dann machen wir noch ein paar Tränke. Ähm. Dann wollen wir mal die Wand ausheben, oder? Da hab ich die Smash. So. Äh. Na gut, das ist dann jetzt ein bisschen doof. Waserfläschchen. Obwohl. Äh. Waserfläschchen. So viele brauche ich gar nicht mehr, oder? Mal 24 davon. Oder ich muss mir eine Air-Zolle bauen. So warte mal. Dann nehmen wir eine ungerade Zahl. Damit man... Ui. 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 Die, 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 die die, die, die岑 wieder eins überbleibt. Ähm. Äh, das ist nicht gut, oder? Oh nee, jetzt zieht der da wieder... Uu. Ok, so nicht gut. Sooo, gar nicht gut. Na gut, dann nehmen wir die normale Spitzacke. Gut, daneben 17. Die Controts verhalten sich grad zerigenartig. Ähm. Und noch genug, bisschen Gloster und Zucker und Dings immer noch reingeben. Ich hab schon wieder kein Gloster mehr. So, Pulverizer. Kann man noch Zucker holen? Obwohl, ich darf ja nur bis da oben hin machen. Der Rest kommt ja wieder anders. Und wann wird die Feuerwehr in dich stehen? Wenn mich mal wieder die Muse küsst, keine Ahnung. Aber nur Andeutung da sollte hin. Ja, ich möchte mal wieder was episches bauen. Feuerwehr ist jetzt nicht so mein Begriff für Epicness. Oh, kann man auch was ausbauen, ne? Kann ich das selber machen. Achja, Atlantis haben wir ja auch noch. Und St. Lapos, die riesige... ...de Dome. ...de Dome. ...de Dome. German. German. Oder German CS, sei ja gedacht. Herzlich Willkommen. Na, guten Abend. Oh, zuviel gebaut. Okay, der Tank ist voll. Bring mal rüber. Schau mal wie schnell das jetzt geht. Ich hätte doch einfach vorne schon abgebaut. Neee. Retter, nee. Welcher Server? Unser. Noch Flüssigkeitsleitung mit, ja, habe ich. Und, hallo, EcoCraft. Das ist ein Privatserver, der für die Community freigestellt wurde. Riesenblüte gefunden und kein Tempel. Na klar, das ist Käse, oder? Warte mal, ich kann das Ding doch noch programmieren, oder? Äh... Kann auch eh nur das drin sein. So. Welche Rune schaut jetzt besser aus? Ich glaube, die Rune schaut besser aus, oder? Ja, die schaut definitiv hübsch aus. Achso, Kapazitätsruhne sollte ich da dann auch langsam mal unterbringen. Hm. Kann man ja aber gleich Superior Capacity. Oder habe ich das falsch erklärt, Sporty? Nö, das ist genau die richtige Achtungsweise. Diese Domen-Ritualsteiner hacken wir jetzt gleich mal wieder weg, weil die funktionieren nicht so oft nicht. Das muss ich dann an... Nö, nee, das muss ich wegmachen, das macht außen. Mö, weg. Nö, ja, da doof. Ich muss wenigstens bis nach da oben ran. Und von dort aus muss ich schräg rüber. Und dann kann ich das. Es hat mich so viel Mühe gekostet, dieses doofe Ritual zu bauen, jetzt ist es sinnlos gewesen. Äterlich. Okay. Ja, ich wusste nicht, dass mich dieses Ritual umbringt, wenn ich es anwerfe. Ah, das doof. Dieses mit dem einen Herzchen-Ritual-Dings. Ja. Ach, das geht dich gleich komplett, oder wie? Naja, pff. Das ist mir irgendwie unheimlich, wenn ich normalerweise 30 Herzchen habe, dass mich das Ding dann sofort runter prügelt. Ja. Ich gehe aber noch auf 40 hoch. Inder und den Stein, oder? Ich sehe es nicht. Hast du mich nicht gehört? Ähm, hast du mich nicht gehört? Das ist ein privater Server, der für uns als Community zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, um bei uns mitzumachen, musst du wie schon in dein TS- bzw. IP-Botschafts stets in drei Stunden Watchtime haben und ein gewährungsgespräch. Du bist jetzt sehr leise, Arnold. Irgendwie geworden. Echt? Warte mal. Nee, falsch. War das nur bei mir? Du besser? Äh, ja. So. Red ein bisschen mehr. Hallo, hallo, hallo. Ja, passt schon wieder. Okay, hab ein Mikro ein bisschen höher. Ich hab keinen Bock, das Mikro gerade vorm Gesicht zu haben. Und laute. Hallo. Guten Tag. Was? Du gleich? Ja, guten Tag. Nein? Guten Tag. Also. Okay. Okay. Ich hab's noch mit. Ich hab's noch mit. Oh, das tut schon nichts mehr. Ähm, okay. Meistens, wir da gleich noch mehr rein. Ähm, auf Stufe 4. Öpp. Das ist auf Stu... Ja, da ist Stufe 2. Und du rein damit. Wo hab ich denn eigentlich den Blut ab hingeben? Der und sein Schiff. Mit der Blut ab hin? Was ist denn? Was ist denn denn? Ist der jetzt wirklich drin? Hast du noch im Altar liegen? Nö, irgendwie nicht. Irgendwo hab ich den verbockt. Ich kann's einfach sagen, ich hab's schon gesehen. Da ist er nicht. Wo ist denn da hin? Jedesmal wenn er da weiter wollte. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Da ist der eine. Ach, da ist der andere. Okay. Ich hab da beide irgendwie. Okay. Soll ich zu wenig ruhen? Es ist natürlich super, dass ich da drüben in der ganzen Kiste die ganzen Slates riebe, wenn ich das jetzt hier brauche. Ah, hier muss ich dann noch. Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Bein! Der seines erinnert mich an diese Beine. Ich weiß nicht, wer es kennt, wie sie bei Stadlmusikanten oder was weiß ich, was das ist, die komplett durch sind. Der eine pfeift die ganze Zeit und der andere trummelt auf seiner was weiß ich da oben, wenn er was die ganze Zeit guckt. Mods, also der Server an sich läuft auf Vanilla. Und Mods sind nur so ein paar eigene, Dynamic Lights, der flauische Mod, ich habe den Namen vergessen. Better Foliage. Genau. Ansonsten haben wir nur ein paar Plugins. Ach, der Kitt ist auch da. Danke für mich, hier oben, hier oben mit. Ach, das geht schnell. Achso, das Ding ist ja noch winzig, oder? Ja. Das Ding hat ja noch nur 1000 Kapazität, oder? Ne, 10.000. Okay. Geht aber trotzdem so langsam. Okay. Wer hat gesagt, ich brauche 19, oder? 19 brauche ich davon. Schon wieder 10 vor 10? Jep. Alter. Ja. 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 Ich hätte mir vielleicht ein bisschen Holz mitnehmen sollen, ist dann weiter, egal. Kann ich unten die Steine gleich auch sammeln. Ist die Verarbeitung ja schon abgeschlossen, oder arbeitet die immer noch? Lol. Ne, die ist fertig. Okay. Das heißt, das war's. Alle Ärzte verarbeitet, oder? Ist noch... Ah, ich hab keinen... Ja, ich hab keinen... Zocken. Mal zockst du natürlich, wenn das mal lag wird. Äh, 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 äh. Glaub ich weiß es. Glaub ich weiß es. Ich hab keinen Slack mehr. Sehr wahrscheinlich. Aber die Slack kann man nicht herstellen, oder? Hm. Jetzt wenn ich hier drin die Wand fertig habe, muss ich außen wieder anpassen. Mit Sicherheit, ja, muss ich. Was ist da? Wieso hab ich Zinn eigentlich bei der Schlacke drin? Äh. Na. Hallöschön. 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 Äh, gehen wir das Zinn da raus und gehen wir das Zinn wieder hier ran. Oder... Brauch noch weg. Nee. Gehen wir denn da noch? Gehen wir's da ran. So. Hehe. Äh. Aktuell lauf ich hier auf 100... Zwischen 140 und 170. Was? Frames? Hm. Tja. Der Segen des Vanilla. Ja, und nicht in der Stadt. Hm. Ich müsste irgendeine... Da könnte man sogar Wasser einfach reinpumpen, dann brauche ich da gar keinen Abfüller dafür. Oh. Achso. Äh, okay. Dann könnte ich das Ding ja gerade irgendwo unterbringen. Hm. So, was brauche ich momentan wieder? Ich brauche Stufe 1, Ronen. Äh... Oh, das heißt hier muss ich... Auf jeden Fall. Waystone. Schon wieder Scherben. Super. Scherben habe ich ihn jetzt noch. Apropos Scherben, ich wollte noch meinen Bienen sehen. Äh... Okay. Und hallo, sorry, von Blackwood. Hallo, Blackwood. Ich habe mir da jetzt diese... Ja. Arnold, magst du nicht vorbeischauen? Nein, ich bin am bauen. Immer noch mystisch im Hintergrund und hier und Eldridge im Hintergrund. Was baust du denn? Eldridge. Mal einen Berg weiter. Berg? Okay. Ja, mein Projektor. Neues, oder was? Nein, das weiß ich schon länger. Frei bin. Also. Äh... Okay. Die Waben gehen wir weg. Äh, rein ging's da. Uh! Das ist immer noch auf Vollautomatik. Ach, nach unten, meinst du? Hinten runter. Ja... Kann man noch runen? Ja, ist okay. Ähm... Hallöchen, Jan! Ähm... Äh... Scherben... Bläck wird das überall, ja. Ja, voll keine Scherben mehr. Ähm... Ja, dann machen wir... Nehmen wir mal ein bisschen Holz mit. Hm... Ich will aber nicht minieren gehen. Müsste eigentlich erstmal reichen, ne? Auch noch Waystones? Äh, nimmer viele. Aber mehr... Blind. Hä, das könnte ein bisschen vieler sein, oder? Egal. Eigentlich wollte ich doch nur den Weg da nach hinten bauen. Wie bin ich denn jetzt schon wieder hier gelandet? Äh... Ich gehe mir gerade Tanki online. Was ist denn Tanki? Tanki? Äh, nicht. Nein, 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 nicht Schießpulver machen! Oh, nee. Ist vielleicht WOT gemeint. Möglich. World of Tanks kann gut sein. Äh... Mh... Tanki? Fakt mir gar nichts. Das ist lustig, man kann Schießpulver aus... ... aus... ... aus... ... aus... ... aus... ... Feuerstern herstellen. Okay. Mh... 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 Muss ich auch nicht. Mh... 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 Ach, das reicht. Tanki online. Okay. Fakt mir gar nichts. Ne. Äh... Äh... Wie war das Waystone? Die Slates... Äh... Blutorb... Wo ist der jetzt wieder? Der ist jetzt hier, oder? Äh... Scherben... ... und Stein... Mh... Was willst du hier? Auch Klubschen, oder was? Jo. Mh... Mh... Müsstest du dürfen, ja? Kannst ruhig einen Link schicken. Einfach Neugier. Wenn du da bist... ... zusammenbauen, wo ich denke, dann wollte ich noch was zum Arschauen. Äh... Wie, wenn du da bist, wo du denkst, ich bin da, wo ich die ganze Zeit schon baue. Ja, ich weiß ja nicht, wo du die ganze Zeit schon baust, wenn das der Berg ist mit dem Unterstoß. Mach einfach... Warp Arni-Projekt. Warp, Warp, Warp. Ja, hier geht das ja wieder. Mh... Müsste doch in der Modpack-Welt auch gehen. Mit FTP... Wollen nicht, aber ich versuch da immer Warp Lager 2. Das geht nicht. Ja... Wie machst du... Also Arni-Projekt, Moment, du hast ja keinen Binderstrich. Den? Ich hab Binder... Binderstrich. Ja, ich ja auch, deswegen. Arni schiesst quer. Im Parody... Kreuz und quer. Okay, jetzt schaut schon mal optisch besser aus und sollte auch technologisch besser funktionieren. Jetzt sollten wir mal... Wetterstern 6 IP, das ist eine Single-Player-Welt. Das gibt keine IP und die für den Server geb ich momentan nicht raus. Ich? Leider ja. So, Superior Capacity. Hab ich von denen noch? Ich brauch da wieder Eisen. Okay. Und dann hab ich das Sorge rum. Ähm... Da hab ich dann immer so viele... Aber da müssten eigentlich... Ey Ole, du kennst das zwar schon, aber ich mach's trotzdem doch mal, weil die Einzige awesome sind! Wuhuhuhuui! Hoi... Ähm... Was? Nix, nix. Ja, wenn... Ähm... Was denn das für Blöcke hier? Was? Darf ich da welche? Warte mal... Schau mal, schau mal mal drüber. Keine Ahnung, was ich drüben hab. Ja, hier unten. In den Ecken. Ja, ich komm jetzt nicht runter, ich häng hier oben drauf. Oh... Oh... Einen Ecken anbauen. Äh... Ja? Äh... Laternen. Das sind Seelaternen. Hm... Aber da ein paar Speedrunnen anbauen. Okay. Noch nie gesehen? Äh... Äh... Ich werd mir das unterm Stream nicht anschauen, sorry. Äh... Nein, nicht deswegen. Ich bekomm die nicht angezeigt. Okay? Ach, du musst mir reißen. Das 6 Uhr Paket. Nein, nein. Ich bekomme... Äh... Die... Normalerweise suche ich die Idee da dann auch. Aber im Moment bekomm ich die schwarze Rosse... Äh... Angezeigt. Wieso ich es rauche? Warum nicht? Weil ich so blöd war und damals angefangen hab. Ganz einfach. Dann lass es. Das hab ich schon mal versucht. Brutale Idee. Und dann... kam ne Zeit, die nicht so schön war. Hm. Mit. 22 Uhr. Hey. Klaus Blackwoods Einsatz. Du hast aber meine Hose falsch dargestellt. Wieso? Hm? Wieso? Da ist ein Fehler. Hey Tom, danke schön. Nein. Weil... Ich hab das eins zu eins... Von nem Skin... Der angezeigt in... Äh... Nur was geändert. Aktueller Skin. War abgebaut. Nee, ich hab es nicht geändert. Ich hab's... Oh mein Gott. Ich war wieder diese Kursiven. Wie oft kommt der eigentlich noch? Und... WTF is this? Hm. Also das ist bei... Deiner... ...bose Staria die... ...schwar... ...da ein gelber Strich ist. Meinst du? Jaja, aber... Aussen nicht innen. Nee, das hatte ich auch innen, als ich das Ding mal angeschaut habe. Ja. Was? Das hier mal neu. Nicht im Stream, Jan. Nein, mach ich nichts. Komm. Wiss die Kaffee. Ja. So, das wären jetzt 10... Und dann auch raus. 10 auf dem Block. Ich brauch auch 20, oder? Wollen wir 20? Äh... Ich mach es da hinten. Ähm... Das heisst... Yay, ich hab Mild überholt. Was? Etwa mehr als 8000 Gold. Wozu? Äh... Mild ist bei 28. Ja, aber du bei 36. Das sind 30.578. So, das müssten jetzt... Da bist, äh... Da bist, äh... Tom ein bisschen zu spät... Äh... Hinterher gekommen. Tom hat schon das Niveau gesenkt. Aber danke, Blackheart. Boah, wie viele Kessel baue ich da jetzt? Oh man... Das verbrate ich gut. 8 Stacks Eisenbarren wieder. Na gut, kann ich ja wieder beschwören. Ach quatsch, das rufe ich ja gar nicht. Äh... Äh... Ich will da gleich jetzt zubauen. Okay, das heisst, das System bleibt immer noch dasselbe. Ich lade sowohl da... Ich brauche dort unten doch Speed-Drohnen, damit ich das ins Soul-Network reinlade. Brauche ich da unten... Brauche ich da unten Kaffee? Da unten brauche ich keine Kaffee? Warte, ich hab doch eine Erde hier. Noch ein paar vielleicht. Ach so, hört auf. Nein, ich lass unten die schlechten Kaffee-Drohnen. Ach so, hört auf. Okay. Wie viel LP habe ich jetzt eigentlich im Network? 5 Millionen. Okay, ich lade die Hilfe. Das heisst, den noch hier ausfüllen. Oder muss ich da jetzt wieder... Erstmal wieder zumachen. Mh... Heute ist vieler Niveau senkt. Ja, wir sind alle gut darin, das Niveau zu senken. Ach, ich darf gar nicht daran denken, wie viel Eisen ich da jetzt verbrat schon wieder. Mh... Mh... Halt die falsche Computerzeit? Mh... Bist... Tom war genau um 22.01 Uhr da und du warst dann um 22.02 Uhr. Also ne Minütchen zu spät. Boah, wie mach ich das denn mit der Beleuchtung am besten? Theoretisch könnte ich denn da noch ne Säule hin machen. Aber das... Ne, 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 ne. Das passt dann auch wieder nicht. Mh... 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 Du wirst ein edler Meister streamen mit, wenn man sagt, joa... Man kann, was man kann. Wenn ich schon nix kann, dann wenigstens dann zu dann ziehen. Ach, heute habe ich auch mal ausnahmsweise erinnert. Was? Ja. Jetzt noch? Moment. Ja. Moment. Schon die ganze Zeit. Oh ne! Ja. Sehen muss, sehen muss. Ne, wo ist denn das Krawattchen? Kann ich nicht ab. Sonst würde ich ja nur ummachen. Naja. Junger Paderwart viel noch lernen muss. Wenn ich hier Krawatte anziehe, dann habe ich immer das Gefühl, dass mich einer wirkt. Ja. Deswegen kann ich den obersten Slop auch nichts mehr machen. Äh, wie war das jetzt? Äh, Obsidian. Okay. So, genau. Ich steige gleich nach oben. Gibt zu wenig Slates. Nee! Na, ich glaube, ich habe kein Obsidian mehr, oder? Äh... Naja. Nicht dieser Lärm... Wow! Sag doch einer, dass es hier so steil runter geht. Hä? Da geht's steil runter. Wo denn überhaupt? Du bist da hinten, ne? Hinter deiner Statue unten. Ja. Ja du, da geht's runter. Ich bin oben. Sag mal so, ich bin ganz oben auf dem Berg. Hä? Star ist voll auf der Höhe. Leute, da. Warum pumpt das Ding eigentlich so langsam? Oi! Was ist denn hier los? Ist der Tank leer, oder? Woran liegt das? Nö, der Tank ist nicht leer. Wenn hier hin. Ding pumpt nur zu langsam. Achso. Oi 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 oi, hier ist da... Ja, das ist weil ich da einen Tank dazwischen habe. Kann ja gar nicht gehen. Okay. Muss man einen besseren Platz suchen zum Wasser auftanken. Ne, nicht nur... Ach, da hinten bist du ja. Ja, hier hinten bist du nicht. Toll. Ja, hier bei mir kommt dann noch auf der anderen Seite auf den Berg kommt noch ein Turm drauf. Ich weiß noch nicht, was ich genau nicht mache. Okay. Da kommt noch eine Hängebrücke rüber. Auf der anderen Seite da vorne die Insel im Wasser. Leu, wie sieht das denn aus mit dem Schnee auf den Bäumen? Voll komisch. Hallo Skelett. Tschüss Skelett. Da unten auf der Insel kommt dann so ein kleiner... Ähm... So ein kleiner Ruhe... Uaaaaaa Uaaaaaa Nächste Lebung. So, jetzt aber... Da kommt noch... Wir sehen jetzt schon wieder. Ähm... Na sag schon. Ein kleiner Anleger, also Bootsanleger so, hin. Und ähm... Entweder da, oder ich an dem anderen Berg. Vor einem Eingang, wo die Startform hinkommen, die anderen beiden, werde ich dann den Ausgang für die Bahn machen. Aha. Okay. Ja. Also da unten dann. Ja, ich hoffe. Ungefähr da. Ja. Ja. Hm. Wahrscheinlich ist das schaffe ich anders. Hm. Ähm. Obsidian. Denanmo! Ich hab's geschafft. Hä? Wo ist denn? Seh die nicht. Unten, im Wasser. Seh dich nicht. Hier, neben dem Wasserfall. Ah, da. Du, ich muss ja mal gucken. Hier vorne war die Kante. Das heisst. Ne, machen wir nicht. Habe ich noch normale? Warte mal. Hm. Aha. So. Das heisst hier vorne. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Huh. Müsste ich eigentlich durchgeblutet haben. Ne, eine. Ne, Moment. Da ist das. Was? Ah, die ganzen Ritualsteine. Ich krieg's kotzen, wenn ich dran denk, wie viel... Äh. Leads ich da reingebuttert hab. Und das war komplett sinnlos. Pfff. Okay, ist alles zu. Oi. Kommt ihr denn her? Hallo. Aua. Was tut der da eigentlich? Aha, da hab ich noch mehr Slades. Das heisst, ich brauche jetzt mehr Stufe 1 wieder. Ich hab keine Ahnung. Ja, jetzt hast du mir auch noch den Helm zerstört. Blöeskelett. Mhm. Blöeskelett. Blöeskelett. Kann man die sonst irgendwie herstellen? Ach, die komisch. Ey. Das Conjuration Catalyst muss ich jetzt unbedingt nochmal machen. Den Natura Pylon, den krieg ich hin. Hier wollte ich auch noch eine wichtige Beleuchtung machen. Äh. Machen wir mal gucken. So. Sag mal, den hier. Cool wär ja. Conjuration Catalyst. Das kann ich herstellen. Das kann ich herstellen. Das kann ich herstellen. Focused World. Tim Lyrostone reingeben. All of the Trio. Das müsste ich doch alles herstellen können eigentlich. Äh. Null Catalyst habe ich. Das habe ich doch schon alles. Ja klar. Müsste ich doch herstellen können. Aber wie mache ich da vorne das Licht rein? Oder ziehe ich da längs? Uah. Längs. Uah. Gott. Ja. Ich habe gerade Starius Fratzer mit nach vor mir gesehen. Also so schlimm sehe ich jetzt auch nicht aus. Hast du schon mal von oben deine Augen gesehen? Das ist gruselig. Wir haben so komisch ein Schema. Was? Okay. Natura Pylonen. Das heißt ich brauche noch Mana Pylonen. Das Ding baue ich jetzt. Die Erde steht da noch. Ähnlich deine. Die da. Von der Statue. Hab ich doch gesagt. Na sag mal eine. Ich wollte auch sehen was du meinst. Hm. Das machen wir mal auf X. Das wollen wir nicht mehr machen. Ähm. Ja. Uli ist fertig. Äh. Jetzt müssen noch die anderen beiden. Und die vorne. Mana Pylonen. Also ich brauche wieder Mana Diamanten. Mana Stahl. Darf ich gar keine mehr. Okay. Es wird glaube ich zu viel. Nein. Oh schwarz. Ja. Ähm. Durch den. Bei dem. Tordurchgang. Außenrum. Eine Kante. Achso. Ne. Ich glaube nicht. Wird nicht gut. Aussehen. Oder ich mal einen Quarzbogen dumm. Da habe ich gar keinen Plan was es werden soll. Ich verrate es auch nicht. Hm. Erst wenn es fertig ist. Ich sollte mal diese blöden Maschinen wieder abbauen. Ich kann nicht auch bald anfangen. Um weiter zu machen. Mana Pylonen. Oh Terrastall. Habe ich noch Terrastall? Äh. Terrastall brauche ich einen Barren mehr. Okay. Also ich brauche noch Mana Perle. Mana Perle habe ich noch keine mehr. Ah ja genau. Der Ding ist ja wieder runter. Warte mal. Brauche ich wirklich Nutz? Äh. Arnold? Ja. Wann hast du Starry Skin im Nova Skin nachgeschaut? Hanspeter1315. Hallelöchen. Willkommen im Stream. Was war? Danke für dein Follower. Boah alter. Wann habe ich den gebaut? Äh ey. Wer für. Blöder Zombie. Äh. 1-2 Monate? Denn ich habe jetzt mal nachgeschaut. Da ist jetzt kein Strich mehr. Der war aber da. Da war auch nie da gewesen. Doch. Ich habe dein Ding 1 zu 1 abgebaut. Kann jetzt sein. Ich habe. Da würde da überhaupt keinen Sinn machen für mich. Deswegen habe ich ihn da nie reingebaut. Vielleicht war es jemand anders. Kann das sein? Äh. Kann nicht sein. Weil unter deinem Namen kommt direkt dein Skin der verwendet wird. Und da war genau so. Oh. Mirastal. Wie geht es weiter? Äh. Manapelo. Goldnuggets. Und Goldbarren. Da habe ich das Rezept noch drin. Äh. Da brauche ich zwei davon. Okay. Ja. Bei dem ist es nicht. Als ich es gebaut habe. War es da. Ender du. Weiß was es sein kann. Ne? Ne? B4S HXU. Das ist selbe Grund. Weil die Zwischenbarren. Einzige. Aber so sind. Yeah. Da hätte ich auch andere Farbe. Aber das war genau kein. Guck. Dann könnten wir genau das Problem haben. Nämlich wie Melkis Schuhen. Was? Was mit meinen Schuhen? Deine Schuhe. Wo wir eine andere Farbe gesehen haben. Achso. Aber es in einem Monitor lag. Ja. Aber das Ding war wirklich grau in dem Bild. Naja. Bei mir war es immer schwarze Hose. Mit äh. Mit äh. Mit äh. Gelb-blauen Streifen an der Seite. Hm. Ja. Aber als ich das gebaut habe. War da richtig grau. Kein Helix-Schwarz oder so. Ja. Das Text-Repack. Das ist unterschiedlich. Was soll's. Du hast doch. Achso. Novoskin hat es anders ausgesehen. Meinst du? Ja. Ja. Das war direkt helles grau. Wie die Gürtelschnalle. Das ging von der Gürtelschnalle bis zum Schuhen runter. Hm. Sonst hätte ich das ja nicht so gebaut. Blufrosch. Willkommen zurück. Hallöchen. Äh. Was wollte ich jetzt in den Augen? In der. Ich meine ich kann es nur ändern. Ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Und die Streifen im Zwischenbein habe ich auch nicht. Die waren aber auch da. Dann war es wahrscheinlich am. Was fehlt mir? Was fehlt mir? Ah. Die Sera. Die Sera. Die Sera. Ragnarokz. Hallöchen. Dank für den Follow. Der Laserzug. Das ist doch schön. Freut mich. Äh. Ich heisse das ist alles schwarz. Ja genau. Und Master Paddy. Dank für den Follow. Außen die Streifen halt ganz unten. Ja ganz unten. Halt jetzt weiße. Mhm. So. Bisam 97. Danke für den Follow. Wir sind jetzt los. Ähm. Alchemius. Ich mal. Schlage. Ich muss unbedingt die anderen beiden Statuen anfangen. Oh hey. Da muss ich wieder alles hier weiter machen. Hä? Warte mal. Gehen wir mal die Cauldrons da wieder rein. Weil wenn die Statuen nicht stehen kann ich jetzt nicht weitermachen dann. Warte mal die Waste. Dann pack mal nochmal das ganze Zeug zum Nehmen. Das ist der Ausgangspunkt für die nächsten. Ich brauche das mal da rein. Und den Blue Dock gehen wir mal da rein. Ich brauche ne Menge Worte. Eine Menge Holz. Eine Menge Zeit. Das braucht nicht mehr. So. Weniger Warfare mehr Minecraft. Zeig uns. Wir werden weiter auf den Zeug. Äh. Digimon Hater. Eine Lippe, ja Löcheln. Goldene Kings. Mit schwarzen Färze. Zwei. Okay ich brauche nochmal so eine. Boah Leck. Besser nur mit Kopf. Hey cool Ansatz. Geht das mal? Äh. Jo. Ich streame meistens im Anzug. Ist das schon wieder so im Champ so viel los? Hab ich nicht alles mitbekommen. Äh. Okay das hab ich gelesen. Äh. Die nächste Frage. Hab aber die nächste Frage nicht. Ja. Schieß los. Kein Problem. Ähm. Du hast jetzt ja schon was gesagt. Das ist mir gleich aufgefallen. Die Grundhitte. Äh. Die Einzel. Ich streame jetzt mal im Anzug. Es sei denn mein Körper macht Urlaub. Dann nur mit Kopf. Kannst du mir sagen wie die Lötmaschine geht? Ich logistic pipes benutze ich eigentlich nie. Sorry damit denke ich mich nicht aus. Lötmaschine? Ähm. Sag her. Die Ängste brauche ich. Key of the Gardens und Gips und Rasche. Gips und Rasche. Wird dir wahrscheinlich gefallen aber ich hab gleich ein Wort. Der heisst äh. Stare Schnauze. Gips. Rasche. Ja ich vermute Moppenchef. Ähm. Ja. Warte mal. Ich hab die Schero schon wieder gepackt. Warte mal. Was ich da nicht drauf sogar welche irgendwo? Ne hatte ich nicht. Schero Schero habe ich da vorne eingepackt. Ähm. Na so Nina. Hm hm. Hm hm. Wo kam kein Sound? Ähh. Wenn ich jetzt das Inventar hier durch habe, kam es nicht. Ich hab ihn gehört. Ich hab jetzt meine Musik schon wieder zu laut. Modpack. Ja. Ähm. Ich versuche jetzt mal, auf gut deutsch gesagt, das Modpack von Niveau Creep zum laufen zu bringen. Niveau Creep? Ja. Hat funktioniert. Niveau Creeper. Niveau Creeper. Ja. Nur das Problem ist, die ganzen Mods da drin sind nicht in Char Datei geschrieben. Na gut und ne Mandrake Root. Okay. Und auch wenn, auch wenn ich die Website befolge, also den Minecraft Launcher dort unterlade, funktioniert es nicht. Okay. Dankeschön. Jetzt versuche ich einfach die ganzen Mods äh, zusammen zu suchen. So. Und nicht für die 1-10-2, sondern für die 1-8 oder 1-8-1. Gold. Schwein, du nervst langsam. Dann hab ich auch den Chisel und Pick. Den kannst du dir im Prinzip auch so mit einfügen. Für hier habt ihr es auch. Folgende Kerze? Ne. Da eben. Aber den Chisel und Pick gibt's erst ab Person 1-8-8 nicht 1-7-10. Echt? Ja. Ich hab nachgeschaut. Na so doof. Ja. 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 Dann hab ich die Blödsinn wieder mitgenommen. Wozu hab ich jetzt gerade durch einmal angefangen hab zu bauen und nicht so weit. Eine Hunde-Armee. Äh, ich mag keine Hunde. Nein. Die mach immer nur Blödsinn. Das Problem, das ich hab, ist, wenn jetzt ein Hund einen Creeper angreift, der kriegt den Creeper ja nicht tot. Und der Creeper explodiert. Und dann hab ich überall Löcher in der Gegend. Deswegen mach ich eigentlich keine Dinger, die irgendwie rumlaufen. Äh. Hunde sind doch nicht böse. Ja. Irgendwo hat sich... Wo hab ich denn die... Braustände hingeben? Oh Mann. Äh. Jetzt brauch ich da hab ich's. Oder Alter? Musste ich eigentlich schon hier machen können, oder? So. Ja. Ne, es macht nur Nachteile, wenn man so spielt. Man beruhindet sich wirklich die ganze Landschaft damit. Nur eins verbessert. Dann reißen wir dein Bein mal auseinander. Und der Creeper aufgehört. Äh. Schaut mal anwesend. So. Eine Blaselumpe. Hast du die Landflächen gesehen eigentlich? Was mir nächstes mag. Zeig! Ja, ich weiß es nicht mehr. Es war zu lange her. Es ist mir leid. Du hast mir alles gesagt. So, was noch? Äh. Das aber, das haben wir. Alles Mundesbräu noch. Alles Mundos. Ich sag immer Mundis. Ich weiß nicht warum ich es normalerweise sag. Ich weiß nicht warum ich es normalerweise sag. Mal zur Rei hoch. Und ich hab noch immer einen Weg hingebaut. Eigentlich wollte ich heute nur einen Weg da her bauen. Und die machst du wieder... Eigentlich. Eigentlich. Schreibst du die raus. Äh. Es steht eh schon an der Wand. Ich halt mich nur nicht dran. Nein. Nein, beziehungsweise. Nein, beziehungsweise. Shit. Ich hab die Schnalle einen mitge- Moment. War die eine oder zwei dicke Schnalle? Was sind die Schnalle? Nein, die ist ja du über. Gürtelschnalle. Achso. Mh. Mh. Living Rock noch. Mh. 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 So. Das normale Cut-A-List. Jetzt brauch ich noch Focused. Ich glaub ich hab Focused-Wil sogar noch, oder? Mh. Ich halt gern Anime-System. Tralalalala. Baut er doch eins. Mh. Ich bin gar nicht mehr so weit weg. Hallöchen! Eric Cool! Schön, dass du wieder da bist. Freut mich immer wieder. Wiebe. So. Focused-Wil. Also das hab ich gar nicht. Brew of the- Oh, ne. Hey. Meine Holz ist wieder ganz. Ach nö. Neeee. Hhhhh. Deswegen war das. Dafür brauch ich ja diese Fuck-Baumwolle. Wegen der ich die ganze Zeit verzweifle. Okay. Ich muss jetzt irgendwie die Geisterwelt machen. Ja. Es hilft nix. Es hilft einfach nix. Der sieht gar nicht so groß aus, ja. Du brauchst wirklich Ewigkeiten, um immer von A an B zu laufen. Ich muss die Geisterwelt machen. Ich muss die Geisterwelt machen, weil sonst... Obligatorisch den Code für die Kinder dran. Bin ich im AA. Bin ich im AA. Da fehlt n Puh. Hat das n Puh vergessen. Wieso hab ich schon wieder... Ich leg die Dinger doch immer da... Wieso landen die immer wieder da unten? Was? Wie? Nimm ich okay? Dann muss ich los. Packen wir das da mal rein, wo es reinkommt. Das war schon besser. So. Ähh. Uh. Jetzt aber. Juh. Das da rein. Ach nee, das wollte ich ja. Wie machen wir das? Ich brauche mal Essie Mädels auf jeden Fall, bevor ich da rübergehe. Warum ist der Leben mit drin? Damit ich mich wieder aufwecken kann. Da geht es rein. Oh, dann wollen wir mal... Papel 2 ist auch noch genug drin. Der Lanzüge Awesome sind und wir sind fast bei der 300 angekommen. Echt jetzt? Warte mal. Ähm... Den nächsten wäre es einfacher. Meine Wenigkeit oder Starry? Kann ich am Spawn gucken? Deutsch. Das ist zu lang. Ähm... Ach, Ember. Ähm... Atlantis... Bern... Möchte ich das jetzt... Echt jetzt? Okay. Wie überlebe ich in der Geisterwelt? Ich muss irgendwie zu Essen kommen. Das heißt, ich brauche... Ich muss mich irgendwo einbuddeln. Am besten irgendwo beim Dorf. Ich brauche Holz. Wie kriege ich schnell Holz? In der Geisterwelt? Ähm... Wieso, wie überlebst du da? Hast du auch nur ein Herz für was? Nö, nö. Du hast schon volles Leben, aber du kannst nichts mitnehmen. Das heißt, du packst dort mit komplett leeren Inventar auf. Und du hast von Anfang an ein Monster, das sich überall hin, äh, verfolgt. Okay. Das ist das grösste Problem ist, einfach einmal zu überleben. Ach, du scheiße Schott, warum ist das Skit so kompliziert, überhaupt? Fellbäume, da kriegt man voll... Hast du nicht mal gesagt, du wirst mein Skit nie wieder bauen? Das Problem ist, ich habe keine Zeit zum Holzfällen, weil du stirbst, bevor du ein Holz gefällt hast. Warum? Wer hat das wieder gesagt? Weh. Weh. Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Ich muss das jetzt mal testen. Das ist, wenn ich mich unter... Wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich nicht ein und meine Skinder bauen. Okay, ich habe ja noch einen Schlaftrunk. Machen wir es noch einmal. Okay, wenn ich mich jetzt unter das Feld buddle, kriege ich Erdblöcke und dann ersetze ich die Blöcke von dem Feld. Das sind ja Holzblöcke von unten durch Erde. Okay, das kann ich machen. Probieren wir es nochmal. Ach, der ist schon wieder so ein Zombie. Ich bin schon wieder so ein Zombie vorbeigelaufen. Da, es ist wieder mal Albtraum. Ja, es ist eigentlich immer Albtraum, wenn ich da komme. Das Dorf war da hinten. Oh, ich habe meine ganzen Items vom letzten Mal noch. Okay, das ist cool. Und der Albtraum ist hinter mir her. So, ich renne, ich renne, ich renne. Bei wem kommt das Bingo? Bei mir. Der Drang lässt dich schlafen. Du schläfst dann, also mein Körper liegt zu Hause in meinem Haus und träumt. Das ist jetzt ein Traum, den ich hier habe. Ich wohne im 12. Nein, das ist mein Handy. Oh shit, das Skelett ist mir jetzt gar nicht recht hier. Ich bin schon wieder drüber. Welches ist einfacher? Nein, oder nein? Das stimmt, der Busch wäre cool. Deiner. Und der hat mich schon wieder. Ende war ich letztens mal einfach so blöd. Und es läuft jetzt. Hm. Okay, da sollte ich sicher sein. Die Felder könnte ich eigentlich gleich benutzen. Warte mal, warte mal, warte mal. Das können wir nutzen. Das nehmen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das können wir nehmen. Das nehmen wir nicht. Nein. Ich bin nackt, ich weiß. Ja. Man fangt hier hin und ist nackt. Man hat gar nichts mehr. Ei, blau, blau. Ladonna brauche ich nicht. Was? Zwang und Pests sind derzeit aus, sorry. Wegen YouTube. Tea, Rice brauche ich nicht. Kaktusfrucht, Lauch, Tomaten, Süßkartoffeln, Blume. Das schaut immer auf. Ähm, Sesam, Tee, Sugarcane, okay, Raspberry, Brussels Sprout, Blume, Raspberry. Brats. Okay, die Felder machen wir so, wie sie sind. Green. Das waren die Konfigs. Oh Mann, ich... Oh, bist du irre, du kannst du nicht die Tür aufmachen hier. Hallo, Johns. Songrequests sind aus, wie oft noch. Ich hoffe, dass das der Stream Delay ist. Das ist Lime. Was ist denn Lime? Lime? Kamer, in der Lime. Agri-Craft für 1,10? Glaube ich, gibt es noch nicht, nein. Der Albtraum ist hier vor der Tür, okay? Dann bauen wir mal ein bisschen Holz ab. Na dir, Rosis. Aber Warframe, die 2nd Dream Chemist war so geil. Ein zweiter Traum, weiß ich. Ich habe blöderweise noch nicht mal eine Spitzhacke, natürlich. Silber, also grau. Habe ich genug Holz, dass ich mir... Ich brauche mal Erde, ich brauche zuerst mal Erde. Das heißt, ich würde mich jetzt... Wieso ist da unten Bruchstein? Okay, da ist Erde. Ich brauche mehr Erde. Okay, ich brauche mal die Nadeln da weg. So, das brauche ich nicht. Werde ich die Blumen brauchen? Ich hoffe es einmal nicht. Wollung. Oh, ich habe noch eine Bergkunde in meinem Arm. So, ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, noch mehr Licht zu machen, weil das meine einzige Frage ist. Name ist John Cena! Ach so. So. Was ist alles sonst stehen? So. Jetzt schauen wir, dass wir denen hier das Holz klaren. Und dann kommt mein Kopf. Und schwarz. Und gebrannter Ton. Warte mal, der kann mir doch nicht erreichen, oder? Kommt ja hier an mich ran, oder? Ne, der hängt da unten fest, gut. Das ist schwarze Wille. Weiß nicht, ob ich wirklich so bescheuert bin. Warum? Ich habe jetzt mal das Modpack heruntergeladen. Wenn ich in den Ordner von den Mods reingehe, sind da keine Chart-Datei, sondern CFG-Datei. Du bist im Config-Ordner, nicht im Mod-Ordner. Nein, ich bin im Mod-Ordner. Ohne Scheiss, ich bin im Mod-Ordner. Im Config-Ordner sind die ganzen Mod-Liste. Die CFG-Datei-Ordner ist normal. Und im Mod-Ordner sind drei CFG, ein Datei-Ordner, darin sind drei Chars. Nein, um den Traumfänger zu bauen, brauche ich die Baumwolle, die ich hier bekomme. Keine Ahnung. Und die wächst hier nirgendwo. Das heißt, ich muss mich zuerst mal ausstatten, dass ich eine Weile überlebe. Ich probiere das jetzt eins zu eins rüber. Und dann kann ich das machen. Vorher leider nicht. Ganz viel Armein. Also ich bin jetzt... Es gibt die... Ich muss das so vorstellen. Es gibt die Traumwelt. In der Traumwelt kannst du entweder einen normalen Traum haben, oder du hast einen... Der hat den umgebracht! Woho, er ist drinnen! Wieso ist der Wichser drinnen? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Er hat mich über den Zaun geschleudert! Ach du Schande! Wieso ist der Wichser jetzt drinnen? Schauen wir mal nach Oh, jetzt ist er weg Schnell rein Hoffen wir, dass er wirklich draußen ist Er ist nicht draußen, er ist drinnen Und ich bin tot Wenn du in der Traumwelt stirbst, du wachst einfach auf Es ist nicht weiter was dabei Uh, das Ding habe ich mitgebracht Interessant Ich dachte, so ein Berg wäre mir keine Pässe Naja Nee, nee, teleportiert wird nicht Das ist Cheaten, das mache ich nicht Wollte eigentlich einen kleinen Bitz hören? Mein altes Handy ist mir runtergefallen Ja Jetzt, ähm Jetzt geht es nicht mehr Wo ist der Bitz? Der Monit Wollt schon geht nicht Das scheiß Handy liegt hier Und ist seit drei Tagen am Klingeln Und wo ist da jetzt der Witz? Weil, der Witz ist darin Das Handy normalerweise Spätestens nach einem halben Tag leer war Das Ding noch nicht fertig, oder? Ja, wenn der Monitur nicht geht Hat er nichts mehr Schubbewerb Hm, was geht nicht? Hm? Meinst du mich jetzt? Nö Danke, er hat gesagt Irgendwie geht irgendwas nicht Okay And his name is John Cena So weit, der ist irgendwie gar nicht gelogen Sorry Entschuldigung, ich mach's jetzt aus Hm, mach mal eine Reihe Plutonium mal Muss ein bisschen was los werden Äh, nee, mach ich nicht Das soll nicht automatisch sein Das möchte ich noch selber kontrollieren Nee, mal was, was nicht automatisch ist Inzwischen, ja, die Also die Brennstoffzellen werden inzwischen Automatisch hergestellt In der richtigen Anzahl, wie ich's brauche Aber das Befüllen und wieder reinlegen Mach ich lieber händisch Weil das ist mir zu riskant Dass ich das da Dass der das falsch macht Und dann der Reaktor hochgeht Das ist das einzige, wo man tatsächlich Was falsch machen könnte Was ist denn? Weil, Phil? Nee Okay, das hat er ja komplett verändert hier Hm? Ist er schon wieder fertig Brauche ich jetzt nur mehr die Dinger reinlegen Und es geht schon wieder weiter Wie wenn ich jetzt am Server spielen würde Wieso machst du's nicht? Hallo, der Konto Das Herstellen funktioniert doch schon automatisch Ich muss nur noch wählen Mach ich es entweder mit Uran oder mit Plutonium Das einzige, was wirklich anstrengend ist Ist eigentlich das Herstellen der leeren Zellen Und das macht er inzwischen vollautomatisch Okay, Uli hat die Erwaltung Ich glaube, dass der Stadtenbauer ein bisschen verändert Oder die Stadtenbauer selber Ach, der Stadtenbauer oben Noch höher Okay Hm, war's doch Ach ja, der Park Weiter automatisch ich das nicht Danke, Keu Keu Was, Gruß an den Melonenkopf? Was für ein Melonenkopf? Ich hab den jetzt mal ein bisschen aufgehübscht So, das war's schon wieder Wie lange hat das jetzt gedauert? Zwei Minuten Das kann ich mir ruhig manuell gönnen Das ist nicht tragisch Alles noch sortieren Hier noch zentrifugieren Na, der ist schon fertig Ich werde jetzt mal Den Laser wieder auf grün stellen Dass wir mal wieder ein bisschen Uran bekommen Ja, jetzt regnet schon wieder Aber es ist auch Nacht Also gehen wir gleich schlafen Ja, das ist hier komplett Hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen Mr. Laser, wo ist der Mr. Laser? Da ist der Mr. Laser Gibt er ein Haus hoch, wenn der Reaktor hochgeht? Nö Es ist eine ausreichende Schutzhülle drum gebaut Aber den Reaktor verlieren wäre schon bitter genug Das Ding ist momentan aus, ja Nicht, dass es ein neues Highlight gibt Nein, nein Manchmal hat er Haarslips zwischen Manchmal nicht Ah ja, da vorne ist ja das Theater So Versuch zwei in der Geisterwelt Kann ich noch Tränke brauen? Müssen wir noch Tränke brauen können, oder? Hä? Ach ja, wir haben ja so eine Wege gemacht Stimmt Schade, dass da nicht ein Haus mit Hallo Tata Tata will, dass mein Haus in die Luft fliegt Nö Äh, Sleep King Die müsste ich eigentlich alle noch haben Das Brew of Love Müsste ich eigentlich auch noch haben, oder? Brew of Love Haben wir noch Cookies Habe ich noch Cookies? Ich habe keine Cookies mehr Machen wir noch mal Cookies Oh, habe ich eigentlich noch Kakao? Ich weiß, ich glaube Kakao gar nicht Kann man eigentlich Kakao mit Agrikraft anpflanzen? Okay, das ist doch Okay, dann stimmt jetzt die Forge-Version Weißt, wo denn Haus weg ist beim Draconic Reaktor Aber da fehlt dann auch noch die Minecraft-Welt Das ist richtig Na, ich würde den Draconic Reaktor in einer Äh, RF-Tools-Welt machen Aus Pumpkin Seeds kann man Kakao erstellen Matti Lottmann Danke für den Follow Willkommen Stream Und schönen Sonntagabend Lüchen Wie ging das nochmal mit den Köpfen? Äh, Pumpkin Seeds Machen wir Pumpkin Seeds Wer ist mir aufgeschrieben? Sag mal, ich grüße ich dich? Kolle? Wo ist? Wo? Du hast nichts geschrieben Nö, ich habe nichts von dir Die letzten 15 Minuten kam nichts von dir Nö, sicher nichts Aber Hallöchen Wenn man hier einmal aufhauen Findet man echt nichts wieder Pumpkin Ey, shit Wie du weißt Hast du den Befehl im Kopf wegen den Köpfen? Slash PlayerSkull Und dann den Namen Ach, PlayerSkull war das Nö Mr. Buggles Danke für den Follow His name is John Cena Oh, das kostet aber reichlich, Mana Hast du vielleicht einen sehr langen Text eingegeben, Kolle? Weil dann wird das nicht verdickt Nanny Krieger Danke für den Follow Okay, Meloni Hast du gestern den Gruß bekommen? Meloni? Wer ist Meloni? Meloni? Ich finde, du bist ein lustiger Zeitbild, Nosse Da belohnt man mich gerne mit dem Follow Sehr schön, freut mich Ich freue mich, dass ihr Spaß hier habt Dann X-Gamer 95 So, wie waren nochmal gleich Cookies? Äh, Wälzen Wälzen Wälzen, ich weiß nicht Von anderen Streamern freue ich mich Auch wenn sie Tatte, ist irgendwie statistisch Ah, da habe ich noch Cookies Okay Dann hätte ich die jetzt gar nicht gebraucht, oder? Ja So, das habe ich Das habe ich Needles, Water, Shishoke Und Glasfläschchen brauche ich dann noch Äh, Alter, da sind sie So, Glasfläschchen Das Rest müsste ich eigentlich drüben haben, oder? Ähm, nimm, nimm, die hier Sterben ist uncool in dem Ding Grüß mal Favit Brake Favit Okay Hallöchen Favit Brake Keine Ahnung, wie man das ausspricht Aber ich grüße dich Ja Wollen wir da rein Äh, FIFA-Ferdi Hallöchen Also doch, David Ich habe es mir fast vermutet Aber war mir nicht sicher Na dann, liebe Grüße an David Brake Ach, das ist aber blöde Du hast einen Melonenkopf Genauso Ich denke eher Kürbis Oder nicht so sehr Melone Chisel ist nur für die 1, 7, 10 Wegen 2002 Hallöchen Und Dankeschön, Mr. Boggis Also jetzt, äh, also Nils So Cookies Water, Sheep Water, Sheep Oder noch ein paar Ernten Oh, da ist wieder ein Äh, äh, äh Ah, hier ist noch das Licht an Danke, Dani Oh, das Licht mal aus Habe ich noch ein Dierschwert oder irgendwas, mit dem ich den zubomben kann? So Äh, ich brauche irgendeine Dierwaffe Äh, was kostet ein Dierschwert? Oh, das ist simpel Platt, dann komm Äh 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 Da haben wir gleich den Halo Warte mal, haben wir die Uhrzeit? Das ist gerade Tag geworden Crafting Halo Und ein paar Diers nehmen wir so mit Ich weiß nicht, was hier passiert ist Exzentrix Hallöchen, danke für den Follower Was meinst du? Ja, wo ist er hin? Hat sich gerade noch gesehen Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich nicht, ich schau dir gerade zu Ach, du schaust mir Achso, du bist nicht mehr drauf Ist der schon despawned? Kann auch nicht schon despawnen sein Ich bin ja, da kann er jetzt Das ist der, den ich gefangen habe Wie lange spiele es aber schon? Diese Welt spiele ich seit acht Monaten etwa Wieso? Äh, ist der despawned? Was ist, wie ist denn despawned passiert? An alle wunderschönen Frauen hier will jemand schreiben von euch Jemand will despawnen Ulis 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 Der Hasch ist schon wieder despawned Da sind Cleanstone holen wir auf einmal drauf Da ist oben die Plattform erweitert worden Da ist Cleanstone drum Fett Äh, du hörst mich an den Klassenkammern Ich hasse Oh mein Gott Der ist leider inzwischen despawned Der ist weg, schade Wart mal, machen wir das ganz einfach Danni, du kriegst ein Timeout, oder? Oder was? Ja, mal kurz nachlesen Naja, das ging mir nicht ganz so lebt Ulis war vor sechs Tagen um Ich muss ihn mal anschreiben Jedes Mal wenn ich einen sehe Warte mal, da hinten ist noch was Vielleicht ist er das Ne, das ist ein Wisp Das dauert ja lang bis ich den Ähm, nein, das ist ein Multiplayer-Server mit Plugins Also Vanilla Auch wenn's Ulis ist Ich geh mir jetzt das mal angucken Da drin Ich muss mal die Seite, glaube ich, besetzen Ja, beherrscht euch ein bisschen Weißt lieber in Kissen oder so So, als dass er hier im Jet austauscht Ich muss mal dein Haus Austubt Gibt's ja nicht Er war doch gerade noch da Nee Mild den Klassenknoten Nenn ich Sams Wir sind auf einmal halbetecken Zu gespawned Ne, der ist weg Der ist Hat sich verbiest Ist okay, Ferdi Äh, Ferdi Jupp, haltet euch zurück Aber ganz ehrlich, das sieht total scheiße aus Wenn er das war Okay, die haben sich verpieselt Ey, der ist halt fertig hier Schade Redken nehme ich noch Stabfokus Aber gut So, zurück zum Potion Ähm Sleeping Ich versteh das Ja, ich versteh das Das ist mein Problem, auch nicht Purified Milk Und, was? Wave of Magic Ähm, nicht weiter Aber das kannst du eigentlich Zweimal, zwei Nidels Du kannst dieses Paket Über den Curse Launcher Ins leer Und die Mod-Marke so unterstützen Zwei Cookies Das hab ich als letztes Mal gemacht Wurde gleich da rein Die brauche ich immer da Äh Mal, Frage an den Meister, Milti Mhm Ist es möglich Ein Mod-Pack ohne Charter-Datei zu spielen? Ohne was? Achso Ohne, dass die Ohne Charter-Datei Und ohne, dass im Mod-Ordner Irgendwelche Mods drin sind Kann ich mir nicht vorstellen Oh, in der Config Müsste ich jetzt nicht Wie hast du das runtergeladen? Über den Cursor 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 Also Du musst den Cursor Lounge Auf dem PC haben Gibt's irgendeinen Gibt's irgendeinen Gibt's irgendeinen Ja, den hab ich Ich bin gleich wieder da Auf gut Deutsch gesagt Da hat er das Mod-Pack einfügen Also zum Beispiel Das Dionysos Wo ich ja will Mal testen Und da inne ist Im Mod-Ordner Kein einziger Mod Nur in der Config-Datei Sind eben die ganzen CFG-Dateien Hm Also wie der Cursor Anstatt das so Sagt, weiß ich Jetzt eigentlich nicht Also das funktioniert Bei mir eigentlich immer so Und in deinem Mod-Ordner Sind natürlich alle Mods mit den Chars Also in Char-Datei Ja, so muss sie auch sein Keine Ahnung Bin ich jetzt selber überfragt Dann lade ich nochmal den Cursor Und test mal was Probieren wir das jetzt noch einmal Gut, gehen wir wieder schlafen Mitten am Tag Da hat er mal alles weg Oh, Master Paddy Danke für den Host Mit 15 Viewern Willkommen, willkommen allerseits Ich hoffe, wir Da bleibt es ein bisschen Würde mich freuen So Also Nochmaliger Versuch Paddy Raid Willkommen Raider Ich hab die Nadeln Ich hab die Schlaftränke Gut, geh mal schlafen Wieso Hä Habt ihr das Potion of Sleeping benutzt Und bin ich eingeschlafen Hä, hab ich jetzt umsonst Umsonst gesoffen Was ist denn das jetzt Oh, was ist das für eine Hexerei Hä Muss der Nacht sein für den Trank Eigentlich nicht So, da bin ich wieder Baby Denk mal noch eins Oder spawn ich an einer Stelle Wo mich der so schnell killt Dass ich gleich wieder aufwache Na, jetzt bin ich da Okay So Äh Dorf Okay Der Arsch ist wieder hinter mir Lauf, lauf, lauf Creeper Siehste, ich wollte mal ein Bild machen Lauf Ich spiel